Hard Case Crime. Reiner Schöne liest. Das Ende der Straße. Von Mickey Spillane. Noch war die Straße nicht tot. Nicht ganz. Der alte Charlie Wong hatte den Kids, die einen Block weiter wohnten, seine letzten Litchi-Pflaumen geschenkt, und jetzt packte er seine wenigen Habseligkeiten, um damit nach Los Angeles zu sein, Verwandten zu fahren, und dort das Flugzeug zu beschleigen, das ihn in seine Heimatprovinz in China bringen würde. Zwei Häuser weiter schaute die böse Hexe der Nachbarschaft zum Fenster raus, die 90-jährige Bessie O'Brien. Ihre Arme hatte sie auf ein rotes Samtkissen gebettet. Sie bekamen fast alles mit, was hier passierte. Bessie winkte nicht. Sie brüllte nur herunter. »Hast du heute schon einen umgelegt, Captain Jack?« »Noch nicht«, brüllte ich zurück. Ich ging an dem Haus mit der braunen Sandsteinfassade vorbei, in dem Bucky Mowler gewohnt hatte. Noch immer konnte ich die verwitterten Ziffern der weißen 703 erkennen, die er als zwölfjähriger Rabauke dahin gepinselt hatte. Er hat es immer darauf angelegt, Ärger zu machen. Mit nicht mal 16 war er schon niedergestochen worden, und zweimal hatte er Schussverletzungen abgekriegt. Dann hatten die Blue Uptowners ihn auf dem Kühler eines gestohlenen Wagens aufgespießt, weil er mit einer ihrer Bräute rumgemacht hatte. Das war schon ziemlich lange her. Ungefähr zu dieser Zeit begann die Straße zu sterben. Rund 20 Meter von der Ecke zurückgesetzt, damit am Straßenrand genug Platz zum Parken für die paar Streifenwagen blieb, stand die Polizeiwache. Ein altmodischer Name für ein altmodisches Gebäude, das irgendwann im 19. Jahrhundert gebaut worden war, als es in diesem Teil von Manhattan noch Ziegenherden und Kartoffelecker gab. Bis vor zwei Jahren war es gut instand gehalten worden. Aber nun blätterte der Zementputz von den Backsteinreihen und legte eine Fläche frei, auf der die verdammten Graffiti-Künstler ihre gesprähten Beleidigungen hinterlassen konnten. Die Polizeiwache war nicht voll besetzt, aber ein paar waren beim Appell noch da. Und das waren die ganz harten Kerle. Früher war ich dort der Chef gewesen. Kapitän. Ordentliche Erfolgsquote. Ich kam mit der Truppe gut zurecht und wir sorgten dafür, dass die Gegend so sauber wie möglich blieb. Nachdem ich 30 Jahre lang das Abzeichen getragen hatte, ließ ich mich pensionieren. 1975 war ich direkt vom Marine Corps auf die Polizeiakademie gegangen. Deshalb hatte ich jetzt noch ein paar gute Jahre vor mir. Aber verdammt normal, ich vermisste den Job. Heute war es ruhig, bewölkt und herbstlich kalt. Sergeant Davy Ross stand neben einem zivilen Polizeifahrzeug und unterhielt sich mit einem langen, dünnen Kerl. Er war ungefähr Mitte 50, trug eine Brille mit schwarzem Gestell und hatte einen Trenchcoat über dem Arm hängen. In der Hand hielt er einen billigen Pappordner ein, von der Sorte, in dem die Leute Quittungen aufbewahren. Davy drehte den Kopf, blickte dabei in meine Richtung und sagte etwas. Da wusste ich, dass sie über mich redeten. Oh Mann, ich war wirklich ein lebender Anachronismus. Ein Dinosaurier mit 56, der jeden Monat bei seinem Heimatstandort vorbeischauen musste, um nach dem Rechten zu sehen. Sergeant Ross grinste, während wir uns mit Handschlag begrüßten. Du hast einen Fan aus Staten Island, Jack, sagte er. Das ist Dr. Thomas Bryce. Als ich die Hand des Doktors ergriff, fragte ich, Knochen oder Herz? Er grinste und seine Augen hinter den Gläsern blitzten aufmerksam und blau. Ich bin Tierarzt, Captain Stang. Kein Problem, sagte ich, ich hab Tiere auch gern. Davy Ross unterbrach uns. Unterhaltet ihr beiden euch mal, ich muss wieder. Wir verabschiedeten uns von ihm und schauten ihm ein paar Sekunden lang nach. Als Dave die Wache betrat, sagte ich, worum geht's hier, Doktor? Wissen Sie, ich bin nicht mehr im Dienst. Bryce starrte mich einen Moment lang an und sagte dann leise, Können wir uns irgendwo hinsetzen? Sie haben jedoch sicher irgendwo ein Café. Billys war zwei Blocks weiter die Straße runter. Ein alter Laden, in dem sich die Cops trafen. Und der schließen würde, wenn die Polizeiwache dicht machte. Zwei Detektives kamen gerade von ihrer Streife rein und winkten mir zu. Beide warfen Thomas Bryce diesen Bullenblick zu, der alles mit einem Wimpernschlag erfasste, und beide runzelten leicht die Stirn. Ich zwinkerte und nickte ihnen zu. Sie schienen erleichtert. Bei Kaffee und einem dick mit Frischkäse beschmierten Bagel sagte ich, Ich war das letzte Mal auf Staten Island, als ich ein Kind war. Okay, brummte er. Und ich erinnere mich auch nicht daran, dass ich je was mit einem Pfeil da drüben zu tun gehabt hätte. Er fuhr sich leicht mit der Zunge über die Lippen und nickte wieder. Das ist mir bekannt. Ich habe mich über sie informiert und Ich bin sauber, unterbrach ich ihn. Ja, ich weiß. Sie haben eine Menge Auszeichnungen erhalten. Und auch eine Menge Narben. Ich biss in meinen Bagel und nippte an dem Kaffee. Es ist ein harter Job, Captain, sagte Bryce ruhig. Aber auf Staten Island ist nie was passiert. Da irren Sie sich, sagte der Doktor leise. Auf Staten Island ist durchaus was passiert. Ich legte den Bagel auf den Teller und verschränkte die Hände unter dem Tisch. Die eine Hand befahl der anderen nicht, nach der Waffe an meinem Gürtel zu greifen. Ich war jetzt Zivilist, hatte aber immer noch eine Lizenz vom Staat New York, die es mir erlaubte, Feuerwaffen zu tragen. Aber es war nicht mehr mein Job. Vorsicht, sagte ich mir, ganz ruhig. Irgendwas ging hier vor sich. Der Doktor musterte mich eingehend. Seine Hände lagen auf der Tischplatte. Ein paar Sekunden lang schaute er mir direkt in die Augen. Dann ließ Dr. Thomas Bryce die Bombe platzen. Vor langer Zeit haben sie einmal eine Frau geliebt, die Betty hieß. Winzige Muskeln zuckten rechts und links von meiner Wirbelsäule. Das Gefühl war mir nicht unbekannt. Ich hatte dieses unscheinbare, heimtückische Reißen schon zweimal gespürt. Und beide Male hatte mich direkt danach eine Kugel erwischt. Er sprach weiter. Sie wurde entführt und in einen Van gesperrt. Aber wenige Minuten vorher war ein Notruf rausgegangen und ein Polizeiwagen war hinter dem Lieferwagen her. Die Verfolgung endete auf der Brücke, die über den Halzen führt. Der Fahrer von dem Van verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, krachte durch die Leitplanken und das Geländer und stürzte fast 50 Meter tief ins Wasser. Meine Hand war jetzt am 45er Colt. Wenn der Typ so ein erbärmlicher Witzbold war, dann würde er mit seinem letzten dummen Spruch auf den Lippen sterben. Leise sagte ich. Innerhalb kürzester Zeit war ein Suchtrupp am Unfallort. Sie haben das Wack gefunden. Der Fahrer war tot. Den zweiten Entführer fand man später. Eine weitere Leiche gab es nicht. Der Gesichtsausdruck des Doktors blieb unverändert. Die Augen hinter den Gläsern blinzelten nicht. Er wartete einen Moment, dann sagte er. Richtig, Käpt'n. Eine weitere Leiche gab es nicht. Etwas schien sich in mein Herz bohren zu wollen. Ich wartete ab. Den Zeigefinger um den Abzug gekrömmt. Am nächsten Morgen fuhr er fort. Kurz nach Tagesanbruch fing einer der Hunde in den Käfigen einer Tierarztpraxis an. Seltsam zu winseln. Der Tierarzt wurde wach und ein Tierarzt namens Bryce, aber nicht dieser Bryce, mein inzwischen verstorbener Vater. Er stand auf und sah nach, was los war. Mit dem Tier war alles in Ordnung, aber es winselte wegen irgendwas auf dem hinteren Rasen, der zum Hudson River hinabfiel. Mein Vater wusste nicht recht, was er davon halten sollte. Aber er verließ sich auf die schärferen Sinne des Hundes und ging in den Garten hinterm Haus. Irgendwie konnte Dr. Bryce in meinem Gesicht ablesen, was in mir vorging. Wenn diese Geschichte in die falsche Richtung ging, dann würde er sie nicht zu Ende erzählen können. Das wusste er. Bryce sagte, da war ein junges Mädchen. Es lebte. Es lebte? Er fuhr fort. Es hatte den Arm fest um einen aufgeblasenen Reifenschlauch geklammert. Bryce musste gesehen haben, wie mein Arm sich bewegte. Irgendwie wusste er, dass mein angespannter Finger nicht mehr am Abzug einer tödlichen 45er Automatik lag. In der Nacht davor, Captain, hatten wir von dem Vorfall in der Stadt gehört, denn uns war beiden klar, dass es sich um das Mädchen handeln musste, das entführt worden war. In den Spätnachrichten wurde erwähnt, dass die Mafia die Finger im Spiel hatte. Weil Quellen aus dem NYPD andeuteten, dass das Mädchen Informationen besaß, die einer wichtigen Fraktion innerhalb der Mafia ernsthaft schaden konnten. Und deshalb haben sie es nicht gemeldet? fragte ich. Zum Glück nicht, antwortete er schnell. Mein Vater erkundigte sich bei einem seiner Freunde von der örtlichen Polizei. Und er sagte ihm, dass sie wie noch nie unter Druck standen. Offenbar wusste das Mädchen etwas, das zur Zerschlagung von einigen Verbrecherinnen von hier bis Las Vegas führen konnte. Aber es ist nie was passiert, sagte ich. Meine Stimme war belegt. Die Worte klangen tief und kratzig. Das hätte keine Rolle gespielt, sagte Bryce. Warum nicht? Er wartete einen Moment, dann sagte er, weil das Mädchen, und sie war wirklich noch ein Mädchen, 20, 21, keine Erinnerungen hatte an irgendwas, das vor dem Autounfall geschehen war. Mir war mit einem mal furchtbar schlecht. Verdammt! Und das ist noch nicht alles, fügte er hinzu. Nicht nur hatte sie ihr Gedächtnis verloren, Captain. Sie war blind. Ein entsetzlicher Schlag auf den Kopf hatte ihr das Augenlicht geraubt. Sie war nicht mehr in der Lage, jemanden zu identifizieren, oder sich je wieder an ihre Vergangenheit zu erinnern. Also war sie keine Bedrohung mehr für die Mafia, sagte ich. Kommen Sie, Captain, das wissen Sie besser. Ohne eine eindeutig identifizierbare Leiche hätten diese Leute nie aufgehört, sie zu suchen. Das ist jetzt mehr als 20 Jahre her, erinnerte ich ihn. Bryce nickte bedächtig und blickte mir direkt in die Augen. Bevor er etwas sagen konnte, stellte ich ganz langsam meine Frage. Wo ist sie? Er sagt es mir nicht. Deshalb bin ich hier, flüsterte er nur. Ist sie noch am Leben? Er nickte zustimmend, und mein Puls fing an zu rasen. Sie war am Leben. Meine Betty war am Leben. Mir war es egal, was ich sehen oder nicht mehr sehen konnte. Meine Betty war am Leben. Und das allein zählte. Die Bedienung räumte die Reste meines Bagels ab und füllte frischen Kaffee in meine Tasse. Sie drückte mir kurz die Schulter, wie sie es immer tat. Und als sie weg war, fragte ich den Tierarzt. Wo, Bryce? In Sicherheit, sagte er. Das ist nicht, was ich sie gefragt habe. Darf ich meine Geschichte zu Ende erzählen, sagte er. Verdammt nochmal, mir ging das alles viel zu langsam, aber im Moment bestimmte nicht ich das Tempo. Mein Vater hat sich um sie gekümmert. Er hat für ihr Wohl gesorgt, sie gefördert, dafür gesorgt, dass sie eine gute Ausbildung machen und in jeder Hinsicht ein selbstständiges Leben führen konnte. Sie war wie eine Tochter für ihn. Und wie eine Schwester für sie? Bryce nickte. Dann beugte er sich vor. Aber immer mal wieder regte sich etwas in ihrer Erinnerung, wenn man es so nennen will. Etwas, an dem man merken konnte, dass sie eine Vergangenheit hatte. Anfangen konnte damit nie jemand etwas. Und mit der Zeit legte es sich. Tatsächlich? Fragte ich. Sie sind jetzt hier. Sein Lächeln war schmaler als er selbst. Gut aufgepasst, Käpt'n. Wo ist sie? Fragte ich nochmal. In Sicherheit, antwortete er wieder. Wo? Zuerst noch ein paar einleitende Worte. Freund? Fassen Sie sich kurz. Freund. Mein Vater wusste, dass er sterben würde. Die Krankheit war unheilbar, aber ihm blieb genug Zeit, um das zu erledigen, was er noch tun wollte. Ich ließ ihn reden. Betty sollte gut versorgt sein. Er wollte sie in Sicherheit wissen. Ohne Wenn und Aber. Haben Sie schon mal was von Sunset Lodge in Florida gehört? Ich nickte hastig. Klar. Sunset Lodge gehört im SES. Was wissen Sie noch? Fragte er. Special Civil Service. Eine Menge pensionierter Staatsbedienstete aus New York lassen sich dort nieder, um ihren Lebensabend zu genießen. Und jetzt haben sich noch die Veteranen aus Jersey und die Feuerwehrleute zu ihnen gesellt. Florida lebt sie, sagte Bryce. Die Bullen tragen alle ganz legal Abzeichen, sie werden ziemlich freizügig ausgestellt. Und alle haben einen Waffenschein. Die Feuerwehrleute werden mit der besten Ausrüstung ausgestattet, damit sie einen großen Spielplatz haben, auf den sie ihren Lebensabend verbringen können. Und wer kommt für das alles auf? Fragte ich. Sie wären erstaunt, sagte er nur. Über den Tisch hinweg starten wir einander an. Schließlich sagte ich. Und dort ist sie? Bryce nickte. Sie ist sicher? Umgeben von erfahrenen, ehemaligen Polizisten. Ja, ich glaube, sie ist ziemlich sicher. Die Leute dort glauben, dass sie die Witwe eines Polizisten ist, der im Dienst umgekommen ist. Und diese Ex-Bullen kümmern sich um ihresgleichen. Aber sie ist blind. Ja? Und sie lebt allein. Aber ihre Nachbarn wissen um ihre besonderen Bedürfnisse. Und sie braucht erstaunlich wenig Hilfe. Ein Fremder, der nicht in die Nachbarschaft gehört. Also, sie könnte ihm problemlos vorspielen, dass sie sehen kann. Machen Sie mir nichts vor, Doc. Er schüttelte den Kopf. Ich mache Ihnen nichts vor. Das versichere ich Ihnen. Wie sie sich bewegt und auf ihre Umgebung reagiert, das ist unglaublich. Man könnte glauben, sie wäre nicht blind. Sie hat einen Hund, einen Windhund, einen Greyhound, der sein Leben lang Hunderinnen gelaufen ist. Er sollte eingeschläfert werden, doch dann hat sie ihn bei sich aufgenommen. Dieser Hund ist ihre rechte Hand. Und er ist sehr gutmütig. Der Doktor wusste nicht, was ich alles in den Augen anderer Menschen lesen konnte. Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. Aber genau darum geht's hier, nicht wahr, Doc? Solange sie lebt. So, wie sieht's mit dem Rest der Geschichte aus, hm? Die Andeutung eines Lächelns umspielte seine Mundwinkel, als er entgegnete. Jetzt bewege ich mich auf ihrem Terrain, stimmt's? Ich nickte. Mein Vater hinterließ Geld auf einem Treuhandfonds, und zwar mit genauen Instruktionen, die ich dann ausführen sollte, wenn ich es für notwendig erachte. Hm. Also, ich habe das Nachbarhaus für Sie erworben, Captain Stang. Was? Er schob mir den Ordner, den er bei sich getragen hatte, über den Tisch. Hier drin finden Sie alle Unterlagen. Ich habe auf Ihren Namen ein Bankkonto eröffnet, auf dem sich 100.000 Dollar befinden. Unterschreiben Sie einfach die Papiere und schicken Sie sie an die Bank. Ich glaube, Sie wissen, was zu tun ist. Ich warf keinen einzigen Blick in den Ordner. Auch wenn es verrückt klang, ich war mir sicher, dass er die Wahrheit sagte. Mir lief eine Gänsehaut über den Rücken, nicht wegen des Geldes. Ich bekam eine Gänsehaut, weil mir klar wurde, dass sie wirklich am Leben war. Sie war 20 Jahre älter. Sie hatte einen Blindenhund. Und jetzt war sie meine Nachbarin. In Sunset Lodge. Allerdings war ich auch 20 Jahre älter. Und ich war immer schon älter gewesen als Betty. Nein, verdammt nochmal. Alter spielte hier keine Rolle. Wir konnten nochmal ganz von vorne anfangen. Unser Leben begann jetzt. Ich lächelte und bestand darauf, dass ich zahlte. Sein Vater war so großzügig gewesen und er auch, da konnte ich mich nicht von ihm einladen lassen. Ich legte einen Zehn-Dollar-Schein auf die Rechnung und wir verließen das Kaffee. Draußen gaben wir uns feierlich die Hand und Bryce sagte, Ein Moment lang dachte ich, sie erschießen mich. Ein Moment lang, sagte ich, hatte ich das auch vor. Dann grinste ich ihn an und er erwiderte mein Lächeln. Ich weiß, dass ich in jener Nacht geschlafen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einschlafen würde, aber dann dämmerte ich doch weg. Ich träumte wilde, bizarre Träume mit grausamen Untertönen, weil immer wieder ein Gesicht auftauchte, das ich kannte, aber nicht erkannte. Glühender, grausamer Hass schließt sich in dieser Erinnerung. Und mir war klar, dass ich dieses Gesicht finden musste. Über 20 Jahre meines Lebens hatten sich seinetwegen in nichts aufgelöst. Das Gesicht ging mir nicht aus dem Kopf, obwohl ich seine Züge nicht ausmachen konnte. Aber das würde mir noch gelingen, da war ich mir sicher. Am Morgen ging ich ins Archiv, wo die alten Akten von bekannten Kriminellen gelagert wurden. Ich saß am Tisch, fuhr mir drei Ordner voller Verbrecherfotos von vor mehr als 20 Jahren und öffnete die staubige Akte mit den ältesten Aufnahmen. Duffy Gross grinste mich breit an und fragte, ob er mir behilflich sein könnte. Ich erzählte ihm, dass ich nur meine Erinnerungen auffrischen wollte. Daraufhin blinzelte er Hunt Bailey zu, der auch kurz vor der Pensionierung stand, und ich wusste genau, was die beiden dachten. Selbst wenn sie pensioniert sind, können sie das Ermitteln nicht lassen. Das dachten die beiden. Es gibt immer einen, hinter dem sie her sind. Hört auf zu lachen, ihr Klugscheißer, sagte ich. Ich hab vielleicht einen Millionen-Dollar-Joker im Ärmel stecken. Hunt brummte. Aber klar, Jack. Es war, als würde ich mir ein altes Familienalbum anschauen. Ich erkannte viele der Gesichter, aber die meisten Leute waren heute tot oder verrotteten hinter Gittern. Ein paar waren zu alt, um noch Schwierigkeiten zu machen, und starben langsam in einem Schaukelstuhl irgendwo auf einer Veranda, wo die Nachbarn sie nicht zu Gesicht bekamen. Glück für die Nachbarn. Ich fand niemanden, der so aus habe, wie der, nach dem ich suchte. Schließlich klappte ich den letzten der abgegriffenen alten Ordner zu, stellte sie zurück ins Regal und ging nach unten zum Mittagessen. Aber das Gesicht spukte mir immer noch im Kopf herum. Ich ging rüber zu Maxis Schießanlage, die sich im unteren Keller des Bryant-Gebäudes befand, und verschoss eine Schachtel 45er, räumte auf und ging wieder hoch auf die Straße. Es fing an zu regnen. Dann passierte ein New Yorker Wunder. Ein Taxi hielt an. Ein Fahrgast stieg aus, und ich konnte einsteigen, bevor ich nass wurde. Ich sagte dem Fahrer meine Adresse und lehnte mich zurück. Es roch merkwürdig in dem Wagen. Nach einer Mischung aus abgestandenem Parfum, einer Spur Zigarettenrauch und dem beißenden Geruch von Schießpulver, der noch in meinem Anzug hing. Ein typischer Großstadtgeruch eben. Als wir da waren, bezahlte ich den Fahrer, begrüßte den Pförtner und ging hoch zu meinem Ein-Zimmer-Apartment. Ich schaltete den Fernseher an, zog mich aus und duschte. Dann ließ ich mich halb angezogen in meinen ledernen Lesesessel fallen und schaute zu, wie der Platzregen die schmutzigen Sünden der großen Stadt wegspülte. Das Apartment wirkte praktisch wie neu. Als ich Betty verloren hatte, war ich aus meiner alten Wohnung ausgezogen, in der wir für kurze Zeit zusammengewohnt hatten. Zu viele Erinnerungen hingen wie ein süßer Duft in allen Zimmern. Ich bezog diese bequeme kleine Höhle, richtete mich mit den Annehmlichkeiten eines unkomplizierten Single-Daseins ein, so wie mit ein paar von Bettys Möbeln, die sie von ihrer Großmutter geerbt hatte. Ich schlief in ihrem Himmelbett und hob ein paar von ihren Kleidern in meinem Schrank auf. Neben mir stand ihr Schreibtisch, der irgendwann im 18. Jahrhundert von einem entfernten Verwandten geschreinert worden war und der genau die richtige Größe für eine kleine Bar mit acht Flaschen ausgewählter Alkoholiker hatte. Sie waren alle voll. Nur die Flasche Canadian Club war geöffnet. Ich starrte sie einige Sekunden lang an, nahm ein paar Eiswürfel aus der kleinen Eiswürfelmaschine, mischte den Whisky mit etwas Ginger Ale und lehnte mich zurück, um mir das hübsche Mädchen im Wetterkanal anzuschauen. Mit der Werbung wechselten die Gesichter und mit den Nachrichten erneut. Das Gesicht, das ich suchte, war nicht dabei. Aber es war da, irgendwo in meiner Erinnerung verborgen. Es war ein Gesicht, das ich von damals wiedererkennen würde. Aber jetzt war heute, und ich musste über 20 Jahre dazu zählen. Ich nippte an meinem Drink, trank ihn schließlich aus, löschte das Licht und ging ins Schlafzimmer. Morgen musste ich wieder anfangen, wie ein Bulle zu denken. Es dauerte noch zwei Tage, bis ich mich wieder ganz so wie ein richtiger Bulle verhielt. Es war feucht und neblig, als ich am frühen Morgen losgegangen war, und nun führte mich mein Spaziergang durch Gegenden, die ich kaum richtig wahrnahm. Viermal erkannten mich Leute und grüßten mich, und ich winkte zurück und grüßte, wobei ich mich fragte, wer sie wohl waren. Sie waren alle nicht gerade jung. In diesem Viertel war ich schon ziemlich lange nicht mehr gewesen. Das Straßenschild ließ mich nicht aufmerkend dafür bei der Laden an der Ecke. Früher war dort ein wunderbares Feinkostgeschäft gewesen, mit echter Salami und Brötchen, die frisch aus der Bäckerei von der anderen Seite der Stadt kamen. Jetzt war dort eine Kneipe, und zwei abgerissene Alkoholiker warteten ungeduldig vor der Tür. Entweder sie beabsichtigten, die Tür einzuschlagen, oder sie mussten noch vier Stunden hier rumhängen, bis der Laden aufmachte, falls sich der Besitzer an die gesetzlichen Öffnungszeiten hielt. Und plötzlich stand ich direkt davor. Ohne dass ich bewusst diese Richtung eingeschlagen hätte, hatten meine Füße mich hierher befördert, den Gehweg runter, bis ich vor dem Haus stand, in dem Betty und ich gewohnt hatten. Eine unnatürliche Kälte kroch mir den Rücken hoch. Ich fuhr mir mit der Zunge über die trockenen Lippen und atmete eine halbe Minute lang tief ein und aus. Wie betäubt war ich durch die Stadt gelaufen. Vor zwei Stunden hatte ich mein Apartment verlassen, doch ich erinnerte mich kaum daran, welche Straßen ich überquert hatte, um hierher zu kommen. Und jetzt stand ich vor unserem alten Haus. Genau da, wo sie Betty in den Laderaum eines Autos geworfen hatten. An dem Abend war ich nicht zu Hause. Mir ging seitdem die Frage nicht aus dem Kopf, wer wissen konnte, dass ich im Dienst war. Normalerweise arbeitete ich tagsüber und war an diesem Abend nur eingesprungen. Die Kerle trugen Betty das Treppenhaus herunter, sie hatten sie in einen alten Teppich gewickelt, in dem sie fast erstickte. Sie verstauten den Teppich im Fahrzeug, knallten die Wagentüren zu und fuhren mit quietschenden Reifen davon. Die Erinnerung daran war fast so deutlich, als hätte ich das alles wirklich gesehen. Die große Frage nach dem Warum tauchte auf und ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Sie hatten eine Entführung geplant, nicht einen Mord. Betty besaß etwas, das sie unbedingt haben mussten. Etwas, das niemand sonst ihnen geben konnte. Es war so wichtig, dass sie sogar eine Entführung am frühen Abend riskiert hatten. Doch dann hatte der Zufall ihnen einen Streich gespielt und die Sache hatte im Tod geendet. Sie waren gestorben. Betty war noch am Leben. In meinem Apartment hatte ich in einem Ordner alle Informationen zu den Ereignissen jenes Abends versteckt. Kopien der offiziellen Untersuchungsprotokolle und die Notizen, die die ermittelnden Detektives auf linierte Papierblöcke gekritzelt hatten. Alles in allem war das nicht viel, denn Betty hatte zu nichts und niemanden, außer natürlich ihrem Freund bei den Bullen, irgendwelche Beziehungen gehabt, die die Ursache dafür sein könnten, dass gerade ihr so etwas Schreckliches widerfahren war. Die sterblichen Überreste der Entführer waren gefunden worden. Eine Leiche im Wrack des Transporters, die zweite war ein paar Tage später in der Nähe von West Point angeschwemmt worden. Beide Kerle hatten ein Vorstrafenregister randvoll mit geringfügigen Verstößen und mit ein paar Einträgen, die ihnen einige Jahre im Knast eingebracht hatten. Zwischen den Vergehen bestand kein Zusammenhang. Keiner der beiden besaß einen Führerschein oder eine Kreditkarte. Und nach Aussage von Bekannten waren sie beide dem Alkohol übermäßig zugetan. Aber der Missbrauch von stärkeren, illegalen Drogen wurde nie erwähnt. Ein Streifenpolizist, der sie nach eigenen Angaben kannte, berichtete, dass sie für ein paar Kröten alles tun würden. Meine eigenen Aufzeichnungen waren äußerst dürftig. Offiziell wurde ich in den Akten als Bettys Verlobter geführt. Aber ich wusste nichts über ihre Arbeit. Als ihren Beruf hatte ich Leiterin der Computereingabe bei einer Firma namens Credentials angegeben. Ihr Hauptbetätigungsfeld war die Verifizierung der Angaben in den Lebensläufen von Menschen, die sich bei seriösen Firmen um eine Stelle beworben. In einem handschriftlichen Zusatz war vermerkt, dass Credentials einen guten Läume und bei der Bank hatte, mit der sie Geschäfte tätigte. Ebenso wie bei ihren Kunden. Ich betrachtete diese Information mit finsterer Miene und schüttelte den Kopf. Vor zwanzig Jahren hätte das Wort Computer vielleicht noch ein Hinweis sein können. Aber heute? Die Kids benutzen Computer schon in der Grundschule. Und selbst ich hatte die Bedienung der verdammten Dinger noch lernen müssen, bevor ich in Rente geschickt wurde. Ganz unten in dem Papierstapel entdeckte ich eine Broschüre. Bettys Büro hatte zum zwanzigjährigen Bestehen von Credentials eine Party veranstaltet. Ich holte mir das Telefonbuch und schaute nach, ob die Firma noch existierte. Sie existierte noch. Sie stand in den gelben Seiten und auch die Adresse war immer noch dieselbe. Bettys Bild war in der Broschüre abgedruckt. Sie war das Hübscheste der Mädchen, die dort arbeiteten. Es war keine offizielle Aufnahme, nur ein halbgestellter Schnappschuss in Farbe. Und sie trug ein Kleid mit einem gewagten Ausschnitt, wie es damals Mode gewesen war. Zwei ihrer Freundinnen standen rechts und links von ihr und lächelten in die Kamera. Daneben kniete die dickliche Gestalt ihres Chefs und am Rand des Fotos waren drei Jungs zu sehen. Der eine hatte ein kurzärmeliges T-Shirt an mit einer Weste darüber. Der neben ihm trug ziemlich auffallende Hosenträger. Und der dritte lag anscheinend auf dem Boden, um etwas zu richten. Auf dem Foto war nur wenig von seinem Gesicht zu sehen, aber er sah ganz und gar nicht glücklich aus. Ich steckte die Broschüre in die Tasche, trank eine Tasse Kaffee und machte mich dann auf den Weg. Es hatte aufgehört zu regnen. Der Himmel war noch Wolken verhangen, aber der Asphalt trocknete bereits. Als ich fünf Minuten an der Ecke gewartet hatte, kam ein Taxi und fuhr mich zu Bettys ehemaligem Arbeitsplatz. Diesmal meldeten sich keine traurigen Gefühle. Betty war am Leben. Ich hatte sie wieder. Morgen schon würde ich sie sehen. Der Flug war gebucht, heute Abend brauchte ich nur noch zu packen. Ich nahm den Aufzug in den vierten Stock des Bürogebäudes und als die Sekretärin fragte, wen ich zu sprechen wünschte, sagte ich »Mr. Ray Burnwald.« »Er ist doch noch bei der Firma tätig.« »Aber ja«, sagte sie. »Und wie ist Ihr Name bitte?« »Jack Stain.« »Sie waren nicht schon früher mal hier, oder doch?« Ich grenzte. »Ungefähr vor zwanzig Jahren.« Sie sagte »Ach, ja, natürlich«, als wäre ich ein alter Kunde. Dann meldete sie mich im Büro ihres Chefs an. Als sie den Hörer auflegte, deutete sie auf eine Tür und nickte mir zu. »Mr. Burnwald sah nicht mehr so aus wie auf dem Foto mit den anderen Angestellten. Fast alle seine Haare waren verschwunden. Sein ehemals glattes Gesicht war faltig geworden, und die Leidenschaft für deftiges Essen hatte ihm eine Gürtelgröße um die 130 Zentimeter beschert. Aber der Blick in seinen Augen war immer noch scharf. Er schaute mich an, beobachtete mich für den Bruchteil einer Sekunde, während er meinen Anblick durch seinen geistigen Computer schickte. »Ich vergesse niemals ein Gesicht«, sagte er. »Es gibt ein paar, die ich nur zu gerne vergessen würde«, erwiderte ich. »Sie sind kein Kunde«, »stimmt«. »Sie waren schon einmal hier«, »es war keine Frage«, »stimmt«, »polizist«, sagte er. »Inzwischen pensioniert«, sagte ich. »Das war damals, als unsere arme Betty umgekommen ist, stimmt's?« »Beeindruckend, Mr. Burnwald. Dieses Computerzeug legt ihn.« »Ich weiß«, stimmte er mir zu. »Was kann ich für Sie tun?« »Setzen Sie den Computer in Ihrem Kopf in Gang. Was wissen Sie noch über Betty?« Burnwald beugte sich über seinen Tisch, wobei sein Bauch die Tischkante streifte. »Ich war damals nur Abteilungsleiter und seit sechs Monaten Bettys Vorgesetzter.« »Gab's irgendwelche Probleme?« »Nein.« »Sie war eine sehr kompetente Mitarbeiterin. Wir haben immer gesagt, dass sie sogar wie ein Computer denken konnte.« »Computer können denken?« »Bei all den hochtechnisierten Neuerungen kann man sich das ohne weiteres vorstellen.« »Aber vor 20 Jahren noch nicht.« »Naja, sie hatten damals schon daran gearbeitet.« »Jeden Tag wurde irgendwas verbessert. Neue Kids direkt von der Uni entwickelten Programme, die ein unglaubliches Potenzial hatten.« Ich nickte, überlegte einen Moment und fragte ihn dann. »Aus heutiger Sicht, wie sieht's da mit diesem Potenzial aus?« Er merkte, was mir durch den Kopf ging und ein schiefes Lächeln erschien in seinem faltigen Gesicht. Damals kam uns das alles unglaublich vor. Wie es heute aussieht, kann man kaum beschreiben. Nur ein Genie kann verstehen, wie die neuen Computer funktionieren. Und was das Potenzial heute betrifft, da braucht man einen zweiten Computer, um überhaupt eine Unterhaltung darüber zu führen. Betty war klug, bemerkte ich, aber sie war kein Genie. »Woher wollen Sie das wissen?« »Weil sie mich geliebt hat,« sagte ich ruhig. »Maschinen haben keine Liebesbeziehungen.« »Noch nicht,« sagte er mit einem Lächeln. »Vielleicht irgendwann mal.« »Wie könnten Sie Vergnügen an der Liebe finden?« »Na, Ihnen wird schon was einfallen.« Er faltete die Hände und lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Was wollen Sie wirklich wissen, Mr. Stein?« Ich zögerte nicht. »Beschreiben Sie mir Bettys Aufgabengebiet.« Er verzog das Gesicht und musste all die Jahre und die Verbesserungen in der EDV zurückgehen, um sich daran zu erinnern, wie die täglichen Arbeitsschritte damals im Einzelnen ausgesehen hatten. Als er sich einigermaßen sicher war, dass er wieder alles vor Augen hatte, sagte er, »Früher gab es jede Menge Pannen. Einzelpersonen, die Schaden anrichten wollten, konnten ein Virus in ein System einschleusen und damit für etliche Stunden alle Computer lahmlegen. Antivirenprogramme, wie wir sie heute haben, gab es damals noch nicht mal im Ansatz. Und dann brachen die Computersysteme öfter mal einfach zusammen. Was bedeutete? Dass die Stromnetze in großen Städten ausfallen konnten und fast katastrophenartige Notsituationen eintraten. Ich nickte und sagte, »Darant kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Betty gehörte zu einem Team von Computerexperten, die solche Fälle untersuchten.« »In dieser Firma gab es dafür ein ganzes Team?« Burnworth schüttelte den Kopf, nicht in der Firma. Betty war die einzige Expertin vor Ort. Die übrigen von ihrem Team waren über die gesamten Vereinigten Staaten verstreut. Sie standen alle miteinander in Kontakt und konnten auf den Hauptcomputer der Regierung zurückgreifen und sich von dort alle Informationen besorgen, die sie brauchten. Davon hatte Betty mir gegenüber nie was erwähnt. Ich zögerte einen Moment, dann fragte ich ihn doch. Konnte diese Gruppe sich einen Zugang zu Regierungsgeheimnissen verschaffen? Ich bin sicher, dass die Bundesbehörden ihre Programme gut geschützt hatten. Aber für eine Expertin wie Betty wäre es nicht unmöglich gewesen, an bestimmte Informationen zu kommen. Er brach ab und stützte sich mit dem Kinn auf seinen gefalteten Händen auf. »Sie wollen jedoch nicht etwas vorwerfen, was man früher, naja, als unamerikanische Aktivitäten bezeichnet hätte.« Ich schüttelte den Kopf und schenkte ihm ein freundliches Lächeln. »Ich kannte Sie ziemlich gut, Mr. Burnworth. Wir wollten heiraten.« »Ja«, erwiderte er mit ernster Stimme. »Und jetzt ist sie tot.« Ich hielt es nicht für nötig, Ihnen über die neuesten Entwicklungen aufzuklären. »Gibt's etwas Spezielles, Mr. Sting, mit dem ich Ihnen weiterhelfen kann?« »Eine genaue Liste all Ihrer Tätigkeiten, während sie hier gearbeitet hat. Könnten Sie mir die beschaffen?« »Überhaupt kein Problem. Ich setze eine unserer EDV-Mitarbeiterinnen darauf an, und sie sucht Ihnen das alles in einer Stunde zusammen. Ich kann Sie ihn heute Abend von einem Kurier bringen lassen. Genügt Ihnen das?« »Wissen Sie«, sagte ich, »Kerle wie Sie könnten die Cops arbeitslos machen.« Als ich ihm meine Karte reichte, sah er sie sich genau an. Dann bemerkte er, »Ah, ja, jetzt erinnere ich mich an Sie, Captain Sting.« »Das heißt an Ihrer Heldentaten. In den Medien hat man Sie den Shooter genannt, nicht wahr?« Ich zog damit in Axel. »Die Zeiten sind lange vorbei.« Einige Sekunden herrschte Schweigen, und Burnwald betrachtete aufmerksam mein Gesicht. Dann sagte er, »Aber Sie kommen zurück, diese Zeiten, nicht wahr?« Ich grenzte ihn an. Ich musste ihm keine Antwort geben. Er kannte sie auch so. Zur Abwechslung nahm ich diesmal kein Taxi. Ich stieg Bordsteinkanten hoch und andere runter. Wieder merkte ich nicht, dass ich einen gewundenen Pfad zu einem Ort eingeschlagen hatte, den ich gut kannte. Ich ließ meine Füße über den Weg entscheiden, ohne dass ich ihnen bewusst eine Richtung vorgab. Schließlich bog ich um die Ecke, und da war sie. Eine Straße, die im Sterben lag. Zwei große Abrisslaster hatten in ungefähr 15 Meter Entfernung geparkt, und vier Männer in Anzügen, alle hatten sie Klemmbretter bei sich, zeigten auf verschiedene Stellen im Straßenverlauf und notierten sich irgendwas in ihren Papieren. Vor Charlie Wongs Haus stand ein Van, den er mit seinen wenigen Habseligkeiten belud. Ich blieb stehen und sagte, »Na, wie geht's, mein Freund?« »Ah, Captain Jack«, er lächelte. »Alles geht gut. Bald bin ich in China, Captain Jack. Waren Sie schon mal in China?« Ich schüttelte den Kopf. »Der Krieg hat mich nur bis Vietnam geführt.« »Glauben Sie, es wird sich was verändern in China?« »Ho, ho, ho«, machte ich. »Was heißt das?« »Lassen Sie Ihr Geld auf einem amerikanischen Konto und behalten Sie immer schön die Hände in den Taschen.« Er verstand sofort, was ich meinte, und nickte heftig. »Sie sind ein kluger Mann, Captain. Ich schreibe Ihnen von China. Können Sie Chinesisch lesen?« »Ich lasse es mir übersetzen«, sagte ich. »Passen Sie gut auf sich auf und geraten Sie nicht in Schwierigkeiten.« »Aber sicher doch, Captain, ich bin viel zu alt, um in Schwierigkeiten zu geraten.« »Ach, wir schüttelten uns die Hände wie Freunde. Wir kannten uns auch wirklich schon eine halbe Ewigkeit.« Dann lachte ich vor mich hin und sagte zu Charlie Bond, »Ach was, Sie sind für nichts zu alt, Charlie.« »Ach was, Sie auch nicht, Captain Jack.« Als der Van losfuhr, schaute ich hoch und sah die alte Bessie O'Brien, die verloren aus dem Fenster lehnte und ihrem Nachbar zum Abschied nachwinkte. Der Van bog um die Ecke und war verschwunden. Und sie wischte sich Tränen aus den Augen. Dann sah sie mich und sofort legte sich wieder der abweisende Ausdruck eines Nachbarschaftswachpostens über ihr Gesicht. »Wann verschwinden Sie denn, Bessie?« rief ich hoch zu ihr. »Ich bestelle noch heute den Sarg,« fuhr sie mich an. »Ach, kommen Sie, Bessie.« Sie schaute die Straße rauf und runter und dann sagte sie, »Meine Jüngste holt mich zu sich.« »Und wo wohnt sie?« »Elisabeth, New Jersey, auf der anderen Seite des Flusses, draußen auf dem Land.« Sie schwieg ein paar Sekunden lang, dann fügte sie hinzu. »Ich hasse das Land. Ich kann ja nicht mal den Central Park leiden.« »Elisabeth ist in den letzten Jahren eine richtige Großstadt geworden. Es wird Ihnen dort gefallen, Bessie. Außerdem sind Sie nur eine Stunde von New York entfernt. Wenn Sie aus dem Fenster schauen, dann können Sie problemlos all die Wolkenkratzer sehen.« Ihr Gesicht fiel noch ein wenig mehr zusammen. »Warum müssen wir nur alle wegziehen, Captain Jack?« fragte sie. »Mit der Straße geht's zu Ende, Bessie. Wenn wir nicht wegziehen, dann sterben wir mit ihr.« »Hätte ich kein Problem mit.« Sie schaute mich mit einem melancholischen Ausdruck an. »Passen Sie auf, auf wen Sie schießen, Jack. Es geht vielleicht zu Ende mit der Straße, aber das Pflaster hier wird trotzdem immer härter.« Dann war die Straße noch offen. Man konnte rausfahren, aber nicht rein. Jemand hatte ziemlich überstürzt einen Räumungsbeschluss für die Truppe in der alten Polizeiwache verabschiedet. Und so wurde jetzt uraltes Inventar in zwei LKWs der Stadt verladen. Im Anhänger eines Sattelschleppers waren von der Fahrerkabine bis zur Heckklappe ausschließlich Aktenschränke an den Wänden gestapelt. Alles Personal war im Dienst. Sie nahmen Anrufe entgegen und packten ihre persönlichen Dinge zusammen, bis sie sich davonmachten zu ihrem nächsten Einsatz. Bessie O'Brien würde ihnen wahrscheinlich allen zum Abschied zuwinken, bis ihre Tochter kam und auch sie abholte. Das war dann das Ende der Straße. Allerdings noch nicht ganz. Als Letzter musste noch ich gehen. Und ich war noch nicht so weit. Die Straße war tot. Aber jemand musste noch ein Begräbnis für sie ausrichten. Und dieser jemand war ich. Erst dann war das Ende der Straße wirklich gekommen. Das Mobiltelefon in meiner Tasche summte und ich meldete mich. Thomas Bryce begrüßte mich und meinte, er würde mich in einer Stunde abholen, um mit mir nach Staten Island zu fahren. Er war auf die Minute pünktlich. Wir fuhren über die Brücke und als ich zum Hudson blickte, kam es mir fast so vor, als würde ich hinunter in das düstere Wasser fallen. Zu dieser Tageszeit war nur wenig Verkehr. Und es dauerte nicht lang, da erreichten wir diesen anderen, seltsamen Teil von New York City, der den meisten Leuten aus Manhattan wie ein vollkommen anderer Bundesstaat vorkommt. Die Tierarztpraxis befand sich direkt am Ufer des Hudson, in einem der Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Ein kleines Schild über dem Haupteingang und zwei alte Eichenholzfiguren, eine Katze auf der einen, ein Husky auf der anderen Seite der Tür, wiesen diskret auf die Praxis hin. Im Inneren konnte ich zwei Tierarzthelferinnen in weißen Kitteln erkennen, die am Empfangsschalter beschäftigt waren. Wir sind da, sagte Bryce. Ich wollte ihm sagen, dass ich erst morgen da sein würde, nämlich dann, wenn das Flugzeug in Florida landete. Nichts sonst zählte. Das hier gehörte nur zu den Vorbereitungen, die mich auf Trab bringen sollten. Ich folgte Bryce in das Haus, wurde den beiden Arzthelferinnen vorgestellt. Dann traten wir durch eine große Flügeltür in ein sehr sauber wirkendes Krankenhaus für Tiere. Aber das war es nicht, was Thomas Bryce mir zeigen wollte. Er führte mich zu einem Zimmer am hinteren Ende des Hauses. Und kaum hatte ich es betreten, da wusste ich, dass es ihres gewesen war. In der Luft hing ein Geruch, der zu ihr gehörte. Und solche Erinnerungsstücke auf den Regalen und der Kommode hatte sie schon vor Jahren in ihrem Zimmer um sich gehabt. Offenbar musste man diese Art von Geschmack nicht wieder neu erlernen. Ich öffnete die Tür zu dem begehbaren Kleiderschrank und wusste sofort, wem die Kleider, die dort hingen, gehört hatten. Sogar der leichte Duft war unverändert. Bryce schloss die Zimmertür und wandte sich mir zu. Nun sind Sie überzeugt, nicht wahr? Fast, sagte ich. Auf dem Bett lag ein altmodisches Fotoalbum. Bryce öffnete mit dem Daumen den ledernen Schnappverschluss. Und da war sie. Auf 13 mal 18 Zentimeter großen Farbfotos. Meine dunkelhaarige Betty mit den haselnussbraunen Augen. Sie war wunderschön und warf mir ein strahlendes Lächeln zu. Es gehörte ganz allein mir. Niemandem sonst. Ich brachte nur ein leises Verdammt über die Lippen. Sie war noch immer jung. Unglaublich schön. Einfach gekleidet, aber absolut atemberaubend. Und doch lag ein seltsam leerer Ausdruck in ihren Zügen. Bryce sagte, Die wurden anderthalb Monate, nachdem sie ans Ufer getrieben worden war, aufgenommen. Aber, er unterbrach mich, sie war wie ein neugeborenes Baby damals. Sie konnte nicht sprechen, verstand kein Wort, aber sie zeigte Gefühle. Sie vertraute meinem Vater vom ersten Moment an. Und sie hatte keine Erinnerung? Keine. Ich blätterte weiter in dem Album und verfolgte, wie Betty sich entwickelte, wie nach und nach ihre Persönlichkeit auftauchte. Die Fotos waren datiert und mir wurde klar, dass sie in regelmäßigen Abständen aufgenommen worden waren. Ich hielt eine medizinische Fallstudie in der Hand, die von einem kompetenten Wissenschaftler durchgeführt worden war. Als ich zu Thomas Bryce hochschaute, erklärte er mir, Nachdem, was die Polizei an die Medien weitergegeben hatte, wussten wir, dass ihr Leben in höchster Gefahr war, falls irgendjemand erfuhr, dass sie bei uns war. Aber es gab keine Verwandten, die wir hätten kontaktieren können. Und wenn mein Vater nicht eine knappe Meldung in der Sunday Times gesehen hätte, in der stand, dass sie mit dem Fall betraut waren, dann hätten wir nie erfahren, an wen wir uns hätten wenden können. Aber sie haben sich nie bei mir gemeldet. Nein, und ich verstehe, dass sie uns das übel nehmen. Aber die junge Frau, die sie kannten, gab es nicht mehr. Wenn das Schicksal der Frau, die sie einmal gewesen war, öffentlich geworden wäre, dann hätte das schon ausgereicht, um ihr Leben wieder in Gefahr zu bringen. Das war alles, was mein Vater wusste. Wir haben ihr einen Neuanfang ermöglicht. Verdammt nochmal, ich hätte Käpt'n, diese Entscheidungen habe nicht ich, sondern meinen Vater getroffen. Und wenn sie sich mit ihm darüber streiten wollen, dann könnte ich sie gerne auf den Friedhof führen. Ich erwiderte nichts. Dad betrieb sehr umfangreiche Nachforschungen, bis er die Wahrheit herausfand und erfuhr, dass sie beide heiraten wollten. Er verfolgte ihre Karriere und kam zu dem Schluss, dass sie zur ehrlichen Sorte gehörten. Es gibt jede Menge ehrliche Bullen. Ich will sie nicht beleidigen, Käpt'n, aber ich konnte nicht wissen, wie sie nach all den Jahren zu ihrer, zu ihrer verlorenen Liebe stehen. Dann erfuhr ich, dass sie immer noch ledig waren, selbst nach ihrer Pensionierung, und ich beschloss, Kontakt mit ihnen aufzunehmen, so wie es sich mein verstorbener Vater gewünscht hatte. Nachdem ich die Fotos gesehen hatte, war es schwer, was darauf zu erwidern. Bryce fragte. Kommen Sie mit all dem klar? Nur bedingt, erwiderte ich. Es ist eine Menge, was Sie da verarbeiten müssen, das weiß ich. Darum geht's nicht. Worum dann? Jemand muss mir diese 20 verlorenen Jahre büßen. Die Schuldigen leben vielleicht nicht mehr. Ich trete auch ihre Grabsteine um, sagte ich. Papiere mussten unterzeichnet und durch Zeugen und einen Notar beglaubigt werden. Bankdokumente mussten auf meinen Namen überschrieben werden. Dann war alles erledigt, und ich war der gesetzliche Vormund einer Frau, der ich vor zwei Jahrzehnten die Ehe versprochen hatte. Mein Herz klopfte einen zurückhaltenden Tusch. Ich ließ alle Unterlagen im Safe von Dr. Bryce. Später wollte ich mir eine beglaubigte Kopie von allem an meine neue Adresse schicken lassen. Eine neue Adresse, verdammt! Seit ich Kind war, wohnte ich in New York, und ich konnte mir nicht mal vorstellen, in einem anderen Bundesstaat zu leben. Dann kam mir ein Bild von meiner schönen Bette in den Sinn und alle solche Bedenken waren vergessen. Die Veränderungen in meinem Leben würden sehr einfach vonstatten gehen. Es gab keine Schulden, die ich zurückzahlen musste. Ich hatte kaum was zu packen für den Umzug und nicht viele Freunde, von denen ich mich verabschieden wollte. Das glückliche Rentner-Dasein konnte beginnen. Wem wollte ich hier eigentlich was vormachen? Irgendwo gab es in dem Plan bestimmt eine Schwachstelle. Irgendwas würde Risse bekommen. Dann würde es in die Brüche gehen und ein Journalist mit einer guten Nase würde eine Story darin entdecken. Ex-Killer-Cop zieht nach Sun City. Oder vielleicht. Top-Ermittler des NYPD ersteht Alterswohnsitz. Ein gewisser Teil der Regenbogenpresse stürzte sich nur allzu gerne auf solche Meldungen. Und dann war es nur eine Frage der Zeit, bis sich jemand erinnerte und sich Sorgen machte. Und dieser jemand rief die käuflichen Todesschützen auf den Plan. Es war egal, wie viele Unbeteiligte bei dem Schusswechsel umkamen, wenn nur das Hauptziel gefunden und für immer zum Schweigen gebracht wurde. Und das Hauptziel waren eigentlich zwei Ziele. Erst Betty, dann ich. Oder ich zuerst, weil sie den bewaffneten Widerstand ausschalten wollten. Ich brauchte zwei Tage, um alles zu organisieren und zu erledigen. Ein unverheirateter Mann hängt sein Herz nicht groß an Einrichtungsgegenstände. Deshalb war der Umzug ein Kinderspiel. Die Umzugsfirma kümmerte sich um alles. Zwei Kisten, das auseinandergenommene Himmelbett, Bettys alter Schreibtisch, mein Drehstuhl, ein paar Kleinigkeiten und ich hatte fertig gepackt. In letzter Minute gab ich das Flugticket zurück und ließ mir den Flugpreis auszahlen. Ich hatte beschlossen, doch mit dem Auto zu fahren, damit ich immer ein Fahrzeug zur Verfügung hatte. Ein Tag Fahrt bis nach Myrtle Beach in South Carolina, dann noch eine Tagesreise bis Sunset Lodge. Das Ende würde ein Neubeginn sein. Die zwei Tage Fahrt verliefen sehr angenehm. Außerhalb der Saison war wenig Verkehr. Und am zweiten Tag stand ich vor fünf auf, aß ein leichtes Frühstück und war schon lange vor sechs Uhr unterwegs. Sieben Stunden später überquerte ich die Grenze von Florida. Dann fuhr ich weiter auf dem Interstate 95, bis ich auf den Ost-West Highway abzweigte, der mich nach Sunset Lodge führte. Auf dem Weg dorthin kam ich an einer anderen Seniorenwohnanlage vorbei, den Garrison Estates, die noch nicht ganz fertig gebaut waren. Eine Reihe von Werbetafeln war ein Stück entfernt von der befestigten Schotterstraße aufgestellt. Darauf standen Informationen über die Anlage. Es gab keine Mietsverhältnisse. Die Häuser wurden direkt an die zukünftigen Bewohner verkauft. Auf der am Meer liegenden Seite befanden sich leicht zugängliche Stellen zum Schwimmen. Ebenso Möglichkeiten zum Fischen. Für die Sicherheit war ausreichend gesorgt. Der Schutz der Privatsphäre garantiert. Dafür sorgte schon das Video überwachte Eingangstor. In diese Anlage war viel Geld gesteckt worden. Sie war für ältere Menschen, die ihren Lebensabend in Ruhe und Frieden genießen wollten und gerne früh ins Bett gingen und erst spät aufstanden, maßgeschneidert. Ein paar Luxuskarossen mit gut angezogenen älteren Insassen überholten mich. In Zweien saßen ältere Damen am Steuer. Wenn Sunset Lodge so ähnlich wie die Garrison Estates war, dann konnte ich mich mit einem zufriedenen Seufzer zurücklehnen. Links von der Straße lag ein akkurat eingezäuntes Gelände, das auf einem Schild als das Eigentum von Garrison Properties ausgewiesen wurde. Eine der ersten privaten Landerschließungsgesellschaften in Florida. Offenbar war ein Teil der Seniorenwohnanlage noch in Planung. Bis jetzt hatte da jemand einen wirklich riesigen Vorgarten aus Sand. Auf den nächsten anderthalb Kilometern gab es nichts Interessantes zu sehen. Dann tauchten in einiger Distanz von der Straße die Umrisse von Gebäuden auf. Ich konnte ein Tor aus Ziegelsteinen erkennen, von einem Wächter keine Spur. Im Sand waren allerdings deutlich Reifenspuren zu sehen, die alle in Richtung der niedrigen Häuser führten. Dahinter graste eine sechsköpfige Kuhherde auf einem Stück Grünfläche, das sich jenseits der Gebäude erstreckte. Nach weiteren 20 Minuten Fahrt erschien am Straßenrand ein Metallzaun. Er sollte offensichtlich Tiere fernhalten, nicht Menschen. Ich fuhr noch drei Kilometer, dann tauchte die erste kleine Werbetafel zu meiner Rechten auf. Sunset Lodge stand darauf. Genießen Sie Ihren Ruhestand. Ich atmete erleichtert aus. Alles an dieser Anlage, sogar der bewachte Eingang, signalisierte unaufdringlichen Luxus. Etwas weiter entfernt konnte ich hübsch gestaltete kleine Häuser erkennen und frisches grünes Gras, das auf einer Fläche von mehreren Morgen wuchs, wo nichts als Sand gewesen war. Ich streckte den Kopf zum Fenster hinaus, raus aus der Luft der Klimaanlage, die ich während der Fahrt hatte laufen lassen. Würzige, salzhaltige Meeresluft wehte mir um die Nase. Das Wärterhäuschen am Eingang war aus Ziegeln gebaut, und davor hing ein Schild, auf dem in ordentlichen Druckbuchstaben stand »Jachthafen und Bootsverleih, Meeresfischen, geführte Fahrten, täglich reizvolle Segeltouren mit Mannschaft«. Der gute Doktor hatte sich wirklich mächtig ins Zeug gelegt für seinen Schützling. Ein Wächter in einer hellbraunen Uniform und mit einem Klemmbrett in der Hand kam mir aus dem Häuschen entgegen. Er hatte die Haltung eines Menschen angenommen, der sich seiner Autorität bewusst ist, sie aber hinter nachbarschaftlicher Freundlichkeit verbirgt. »Guten Morgen, Sir«, sagte er, »kann ich Ihnen helfen?« Er war knapp sechzig und hatte die blonden Haare in einem militärischen Bürstenhaarschnitt geschnitten. Ich reichte ihm die Besitzurkunde für mein Haus, und sein professionelles Lächeln verwandelte sich in einen natürlicheren Ausdruck. Als er mir das Dokument zurückreichte, sagte er in einem sehr ernsthaften Ton, »Es ist wirklich toll, dass Sie hier bei uns leben werden, Sir.« Ich steckte die Urkunde ein, nickte ihm zu. »Sie kommen aus New Jersey, nicht wahr?« »Newark«, wurde vor drei Jahren pensioniert. »George Wilson, Sir.« »Hat mich mein Akzent verraten?« »Ein New Yorker hört das sofort.« Ich schüttelte ihm die Hand. »Jack Stang, NYPD, pensioniert.« Er verzog kurz das Gesicht, dann grinste er mich breit an. »Verdammt, Sie sind doch der Shooter, oder?« Ich lachte müde. Den Namen haben sich die Schmierenblätter für mich ausgedacht. »Haben Sie damals, 82, nicht Creamy Abbott bei dem Banküberfall erledigt?« »Mir blieb nicht viel anderes übrig,« erklärte ich ihm. »Er hatte seine Kalaschnikow auf mich gerichtet. Da musste ich ihn abknallen.« »Ja, klar. Ein Schuss direkt zwischen die Hörner aus, 15 Metern Entfernung.« »Das war reines Glück,« gab ich zurück. »Jemand hier hat erzählt, dass oben in der großen Stadt gerade eine alte Polizeiwache abgerissen wurde. War das Ihre?« Ich nickte. Als ich weg bin, war es vorbei mit der alten Wache. »Das hier ist nicht mehr in Hatten, wissen Sie. Was meinen Sie, halten Sie es hier aus?« Ich zuckte kurz mit den Schultern. Alles ist besser als der Krach in der Stadt und die dauernden Schießereien. »Davon gibt's hier nicht viel,« sagte er, höchstens am Schießstand. »Soll ich einen Wagen kommen lassen, der Sie zu Ihrem Haus lotst?« Ich schüttelte den Kopf. »Ich werde's schon finden. Ich möchte mich eh erst mal umschauen.« »Klar. Soll ich den Jungs im Clubhaus Bescheid geben, dass sie da sind?« »Im Clubhaus?« Er deutete Waage in Richtung der Gebäude. »Kann Sie nicht verpassen, Käpt'n. Ein großer Ziegelbaum mit blauen Türen im Zentrum, wo all die Läden sind. Den Käpt'n können Sie sich sparen, ich bin nicht mehr im Dienst.« »Unser einer ist immer im Dienst, Käpt'n,« sagte Wilson ernst. Die gesamte Anlage war um ein großes, im frühen Florida-Stil abbautes Gebäude angeordnet, über dessen Eingang ein aus Holz geschnitztes Schild mit der Aufschrift »Sunset Lodge« hing. Ich fand die richtige Straße und fuhr sie entlang, bis ich ungefähr die Mitte erreicht hatte. Die weiß verputzten anderthalbstöckigen Häuser in der Kenneth Avenue waren größer als die in den anderen Straßen, an denen ich vorbeigefahren war. Dann entdeckte ich die Nummer 820, Betty Brice's Adresse. Und mein Fuß rutschte vom Gaspedal, als hätte ihn jemand weggekickt. Ein paar Kinder spielten vor anderen Häusern in der Nähe, aber die 820 lag ruhig und verlassen da. Die Fenster vorneraus waren halb geöffnet, und ein Paket von UPS lag zwischen den Lehnen eines Schaukelstuhls, der auf der Veranda stand. In der Auffahrt parkte kein Auto. Mein Herz fing wieder an zu hämmern, als ich in die Auffahrt von Nummer 818 fuhr, dann langsam ausstieg und zur Haustür ging. Ich steckte den Schlüssel ins Schloss, drehte ihn um und hörte das Klicken, als die Tür aufging. Im Inneren roch es unbewohnt und so, als wäre vor kurzem geputzt worden. Jemand hatte sich sehr viel Mühe gegeben, um dieses Haus mit genuin maskulinen Möbeln auszustatten. Nichts Protziges, nichts Schrulliges, sondern ein schlichtes, maskulines Ambiente, mit Ausnahme von Bettys altem Himmelbett und ihrem antiken Schreibtisch, die dank der Umzugsfirma vor mir angekommen waren. Beides stand oben im Schlafzimmer. Ich schlenderte durch die Räume und schaute mir jeden Einrichtungsgegenstand genau an. Es war ein Haus, in dem mein Mann wohnen sollte, das jedoch von einer Frau eingerichtet worden war, die dabei vor allem ihn und seine persönlichen Vorlieben und Abneigungen im Sinne gehabt hatte. Eine der Frauen der Ex-Bullen, die hier wohnten, musste bei der Möblierung des Hauses ihre Hand mit im Spiel gehabt haben. In einem versiegelten Umschlag fand ich zusammen mit anderen Informationsblättern die Beschreibung eines geheimen Verstecks im Schlafzimmer. Dort konnte man Waffen, Munition und wichtige Unterlagen sicher verwahren. Das Versteck war direkt in die Wand des Hauses eingelassen und deshalb quasi unauffindbar, außer man hatte einen Hund, der Schießpulver oder Waffenöl erschnüffeln konnte. Jemand hatte schon beim Bau der Häuser an alles gedacht. Ich fand die verborgene Stelle getarnt als Wandverkleidung, die in Wirklichkeit eine Tür war. Dahinter waren Halterungen für Gewehre und Handfeuerwaffen angebracht, darüber Regale für Munition, Uhren, Schützer zum Übungsschießen am Schießstand, Schutzbrille, Latexhandschuhe und alles, was man zum Reinigen von Gewehren und Pistolen braucht. An der einen Seitenwand waren massive Kleiderhacken angeschraubt. Am vorderen war ein Zettel befestigt, auf dem ein Fachgeschäft für kugelsichere Westen warb. Noch bevor ich meine Sachen auspackte, holte ich meine Waffen aus der Reisetasche und verstaute alles außer dem 45er und dem alten Schulterholster in dem neuen Versteck. Mein gut geöltes Schießeisen legte ich auf das Nachttischchen, wo ich es schnell erreichen konnte. Die Waffe und das Himmelbett wirkten nicht gerade wie die idealen Bettgefährten. Doch dasselbe hätte man vor langer Zeit auch über Betty und mich sagen können. Ich brauchte zehn Minuten, um meine Sachen in die Kommode und in den Schrank zu räumen. Dann ging ich hinunter in die Küche. Die Speisekammer war gefüllt mit Vorräten und im Kühlschrank entdeckte ich genügend Frisches für die nächsten Tage. In den Schränken fanden sich alle nötigen Küchengerätschaften, wobei an manchem noch das Preisschild klebte. Sogar im Badezimmer war alles bereit. Seife, Toilettenpapier und etliche neue weiße Handtücher. Thomas Bryce hatte nichts dem Zufall überlassen. Ich hoffte, dass auch für morgen alles so gut vorbereitet war. Morgen würde ich mich mit ihr treffen. Wenn ich daran dachte, musste ich tief Luft holen und konnte eine halbe Minute lang nicht ausatmen. Danach war immerhin mein Puls wieder normal. Die Fahrt nach Florida hatte mich mehr ermüdet, als ich gedacht hätte. Die Augen fielen mir fast zu und obwohl es noch früh war, stellte ich mich unter die Dusche, putzte mir die Zähne und ging schlafen. Es war noch dunkel, als ich erwachte. Die ersten Streifen Tageslicht waren noch kaum im östlichen Horizont zu sehen, doch ich wusste, dass für mich in einer Stunde ein neuer Lebensabschnitt beginnen würde. Ich kochte Kaffee, trank zwei Tassen, dann schlüpfte ich in ein kurzärmeliges Hemd und streifte mir meine alten Kaki-Hosen und die Sandalen über. Ich trat hinaus auf die Veranda, um mir von dort den Sonnenaufgang anzuschauen. Im Nachbarhaus hörte ich einen Hund bellen, ein kurzes, kehliges Guten-Morgen-Kläffen, das größere Hunde von sich geben, wenn sie ihre Besitzer aus dem Bett holen wollen. Dann war nur das gedämpfte Murmeln eines reizenden Mädchens zu hören. Sie sagte etwas Freundliches zu ihrem Haustier, das ich nicht verstehen konnte. Mein Herz schlug so wild, dass es fast wehtat. Es war ihre Stimme. Ich konnte mich nur auf die Kante des hölzernen Schaukelstuhls setzen und dort sitzen bleiben, wie gelähmt von dem, was bald geschehen würde. Ich hatte im feuchten Gras vor der Hütte von Buckhead Benny gelegen, wo er sich mit drei Männern von seiner verdammten Killer-Gang verbarrikadiert hatte. Bewaffnet mit automatischen Kalaschnikows und abgesägten zwölfkalibrigen Schrotflinten, um noch mehr Bullen abzuknallen. Meine Unterstützung war noch über einen Kilometer entfernt, und ich hatte nur noch vier Kugeln im Clip meines 45ers, als ich mit einem leisen Quietschen die Tür öffnete und sie alle in hohem Tempo herausstürzten. Sie hatten die Waffen im Anschlag, aber sie wussten nicht, wo ich war, bis mich Buckhead Benny entdeckte und seine Kalaschen die Koffer auf mich richtete. Doch bevor er den Finger am Abzug krümmen konnte, erwischte ich ihn, und er wurde um die eigene Achse geschleudert, wobei sich im Todeskampf sein Finger am Abzug verkrampfte und das abgehackte Staccato der Acker auslöste. Die Kugeln mähten alle seine Killer-Kumpane hinter ihm nieder. Damals hatte ich vor nichts Angst gehabt. Jetzt konnte ich kaum atmen. So angespannt war ich. Ihre Tür öffnete sich, und der Hund kam raus. Ein ziemlich großes Exemplar für einen Windhund, der an Hunderinnen teilgenommen hatte. Er hörte mich. Seine Ohren zuckten, als er meinen Atem vernahm. Doch er nahm keine aggressive Haltung ein. Für einen Moment stand er vollkommen reglos da, und ich sah, wie sich die Hand aus der Tür streckte und über den verharrenden Hundekörper strich. »Tagros«, sagte sie. »Ist da jemand?« Uns trennten nur drei Meter. Eine Million Kilometer auf drei Metern. Und ich durfte mir die gesamten zwanzig Jahre, die Gedanken und Träume von dem, was ich für immer verloren glaubte, nicht anmerken lassen. Und musste ihr so gegenüber treten. Mit drei Metern zwischen uns. Sie hatte sich überhaupt nicht verändert. Ihre Schönheit hatte nicht unter den Jahren gelitten. Das schulterlange braune Haar, das schmale, ovaler Gesicht, die freche Nase, die vollen Lippen. Sie trug ein kurzärmliches rosa Top, weiße Shorts und offene Sandalen. Sie war natürlich und lebendig und sonnengebräunt. Wenn ich genau gewusst hätte, was gerade passierte, dann hätte ich es wohl kaum bemerkt. So schnell nahm ihr Gesicht wieder einen ganz normalen Ausdruck an. Eine Stimme, die sie seit zwanzig Jahren nicht gehört hatte, war plötzlich in ihrem Gedächtnis aufgetaucht. Aber die Erinnerung hielt nicht lange an. Wie oft hatte sie wohl so etwas schon erlebt? Ich bin Jack Stang, Ma'am. Freut mich, sie kennenzulernen. Meine Stimme verriet ihr, wo sich mein Gesicht befand, und sie schaute direkt zu mir herüber, ohne irgendetwas zu sehen. Über den Pupillen ihrer großen haselnussbraunen Augen lag kein Schleier. Die Farbe war dieselbe wie früher. Und als sie blinzelte, verzog sie keine Miene. Nur sehr wenige Menschen würden vermuten, dass sie blind war. Und ich bin Betty Bryce von Staten Island, erwiderte sie mit fester Stimme. Ich hoffe, es gefällt Ihnen den Sunset Lodge, Mr. Stang. Haben Sie Freunde hier? Ich lachte leise und nickte, obwohl sie die Bewegung nicht sehen konnte. Oh ja, ich habe schon einige Freunde hier. Das ist nett, sagte sie. Dann runzelte sie die Stirn und fügte hinzu. Ihre Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Dabei bin ich mir sicher, dass wir uns noch nie begegnet sind. Naja, jetzt sind wir uns ja begegnet, sagte ich zu ihr. Und das ist das Wichtigste. Herr, sagte sie. Dann winkte sie mir mit einer lässigen Hand Bewegung zu und trat die Treppen hinunter auf den Gehweg. Tacos, der Windhund, ging voran. Er drückte sich fast an ihre Beine, sodass er jede ihrer Bewegungen spürte. Ein Moment hielt sie inne, als wollte sie noch mal zurückgehen. Doch dann hob sie kurz die Schultern und ging vor bis zum Ende der Straße. Auf den Vordertüren des neuen schwarzen Ford prangte ein Logo mit den Worten Sunset Lodge Wachschutz. Darunter stand in kleineren Buchstaben Darius Kinder, Captain. Alles sehr schlicht. Nichts Prahlerisches. Nur der Motor des Wagens klang ungewöhnlich. Mit Sicherheit war das kein normaler Ford. Eher ein hochgetunter Wagen für Verfolgungsjagden, der es problemlos mit jedem Polizeifahrzeug des Bundesstaates Florida aufnehmen konnte. Darius Kinder schob sich hinter dem Lenkrad hervor und stieg aus. Er sah sich rasch und unauffällig um und schloss sehr leise die Wagentür. Das Licht im Wageninneren war nicht angegangen, als er die Tür geöffnet hatte. Und ich spürte sofort eine gewisse Verbundenheit mit dem Captain. Er war ein feingliedriger Mann in den Fünfzigern mit einem dunklen Bürstenhaarschnitt, hellblauen Augen und Gesichtszügen, die auf eine Abstammung von den Apachen hindeutete. Als er den Weg zu meiner Veranda hochschritt, war sein militärischer Gang unverkennbar. Ich streckte ihm die Hand entgegen. Semper Fee, Captain Kinder. Er grinste mich an und erwiderte. Ist es so auffällig? Nur für andere Ledernacken. Kommen Sie rein. Bevor er eintrat, warf er nochmal einen Blick auf die Straße, rauf und runter. Dann schloss er die Tür hinter sich und setzte sich in den großen Sesseln. Wie lange waren Sie denn bei den Bullen, wollte ich wissen. Fünfzehn Jahre in Newark. Hatte mich bis zum Lieutenant hochgearbeitet, bevor mir dieser Job angeboten wurde. Sofortige Beförderung zum Captain, das fünffache Gehalt und ein größeres Budget, als manche Städte für ihren ganzen Polizeiapparat bereitstellen. Er hielt inne und betrachtete mein Gesicht. Sie hatten eine beachtliche Erfolgsquote vorzuweisen, Captain Stang. Nennen Sie mich Jack. Ich bin pensioniert. Dass das nicht stimmt, wissen Sie selber am besten, sagte er. Unser Eins ist nie pensioniert, oder? Ich schwieg als Antwort und grinste ihn an. Ich mache immer einen Begrüßungsbesuch, wenn neue Leute einziehen. Ihr Name war mir keineswegs neu. Als Dr. Bryce das Haus für Miss Bryce kaufte, hat er mich in ihre Situation eingeweiht und mir erzählt, was passieren würde, falls ein Wort davon nach außen dringt. Und? Das ist keine angenehme Situation. Sie wohnen schon seit Jahren hier, sagte ich, und es gab nie eine undichte Stelle. Die verdammte Mafia-Brut gibt nie auf, das wissen Sie genau. Ich nickte. Wie intensiv haben Sie den Fall recherchiert? Ich habe ganz bestimmt keine Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Das organisierte Verbrechen zeigte keinerlei Interesse. Noch nicht. Nach allen zugänglichen Informationen ist Miss Betty Marlowe in dem Wrack des Lasters im Hudson ertrunken. Dann sind Sie der Einzige, der weiß, dass sie am Leben ist. Sie wissen es auch, sagte Kinder leise. Und? Soweit ich informiert bin, weiß sie etwas Wichtiges, das gewisse Mafia-Operationen lahmlegen könnte. Das glaubten die Kerle, die sie entführt haben. Doch mit Sicherheit gewusst, haben sie es nicht. Kinder fuhr sich mit der Hand über den Mund und blickte mir direkt in die Augen. Ich habe herausgefunden, sagte er, dass eine bestimmte Mafia-Familie all ihre Aktivitäten Captain Stein genau hat beobachten lassen. Und zwar nach zwölf Jahren nach Bettys vermeintlichem Tod. Sie wollten wissen, ob sie von ihr irgendwelche Informationen erhalten hatten. Ich habe überhaupt nichts erhalten, sagte ich. Und die Mafia-Jungs wissen das genau. Die sind ziemlich gründlich. Was die Strukturen der Mafia betrifft, da haben wir unsere eigenen Insider-Quellen. Die Kerle haben noch nicht aufgegeben, müssen sie wissen. Was wird es ihnen bringen, wenn sie rumschnüffeln, selbst wenn sie wüssten, dass Betty hier lebt? Sie hat ihr Gedächtnis verloren. Sie kann überhaupt nichts mehr sagen oder tun, das zu einer Anklage gegen das organisierte Verbrechen führen könnte. Das alles liegt 20 Jahre zurück. Aber es ist noch nicht vorbei. Nicht? Sie sind hierher gezogen, Captain. Ich bin pensioniert. Na schon klar. Unsichtbare Finger schienen meinen Rücken hochzuwandern. Fingernägel ließen kleine Einkerbungen in der Haut zurück, die nicht schmerzten, kaum störten, aber mich daran erinnerten, dass hier etwas vor sich ging, das mir bekannt vorkommen sollte. Meine Stimme klang anders als sonst, als ich fast flüsterte. Was wissen Sie, Darius? Es verging eine ganze Weile, dann sagte er ruhig, nichts, das vor Gericht Bestand hätte. Das habe ich nicht gefragt. Sie wissen doch, wie Bullen sind, Jack. Hier sind nur Pensionäre. Das stimmt, aber das hält sie nicht vom Denken ab. Die Bullen hier sagen nicht viel, aber in ihren Köpfen arbeitet es. Sie unterstehen keinen Befehlen mehr, genauso wenig wie Sie oder ich. Aber wir sind immer noch Cops und die gesamte Ausbildung und all die Einsätze, das lässt sich nicht abschütteln. Wir richten uns immer noch nach denselben ungeschriebenen Regeln. Ich grinste ihn an. Er verzog das Gesicht. Was ist daran so witzig? Woran liegt es eigentlich, sagte ich, dass wir nie wieder ganz normale Zivilisten sein können? Um seinen Mund spielte ein leichtes Lächeln. Wollten Sie das etwa? Als ich den Kopf schüttelte, leuchteten seine Augen. Dann zog Kinder einen schmalen, in Leder gebundenen Block aus seiner Gesäßtasche. Er schlug ihn auf, schrieb sich ein paar Dinge auf, wollte einiges über meine Arbeit bei der Polizei wissen und dann reichte er mir drei Formulare, die ich unterschreiben sollte. Ich runzelte die Stirn, als ich sie mir anschaute. Kinder lächelte nur wieder und nickte. Mir wurde vom Staat Florida die Befugnis erteilt, Waffenscheine an ordentlich ausgebildetes Personal auszustellen. Damit sind sie berechtigt, eine verborgene Schusswaffe zu tragen. Ich nehme an, Sie haben Ihre persönlichen Waffen hier. Ein Colt Combat Commander Kaliber 45, ein Colt M1911 und einen altmodischen Standard Polizeicolt Kaliber 38. Wenn Sie ein paar Schussproben wollen, Käpt'n? Das ist nicht notwendig. Das Angebot weiß ich jedoch zu schätzen. Den Schießstand finden Sie am Westende des Dorfs. Ich blickte ihm in die eisblauen Augen. Warum trauen Sie mir nicht, Käpt'n Kinder? Man hat sie den Shooter genannt, stimmt's? Nur die, die mit dem Leben davon gekommen sind. Anstatt zu antworten, behielt mich Kinder mit einem wissenden Lächeln im Auge. Alles vollkommen legal, Buddy, sagte ich. Gerechtfertigt und abgesegnet. Eine Augenbraue ging in die Höhe. Damit haben sie sich aber einen ganz schönen Ruf eingehandelt. Falls Ihnen das Sorgen macht, ich habe nicht vor, dem noch eins draufzusetzen. Er hob kaum wahrnehmbar die eine Schulter. Das genügt mir. Kann ich Sie mal was anderes fragen? Klar. Sunset Lodge hat die höchste Konzentration an pensionierten Bullen, Feuerwehrleuten und selbst FBI-Agenten in den USA. Und um ihre Ausstattung würde sie manche Stadt beneiden. Gibt's dagegen was einzuwenden? Ich schüttelte den Kopf. Nein. Aber wie ist es dazu gekommen? Sunset Lodge wurde von einem wohlhabenden Mann gegründet, der von der alten Dutch-Schulz-Gang in New York entführt worden war. Zwei engagierte Polizisten hatten die Entführer ausfindig gemacht und das Opfer nach einer wilden Schießerei befreien können. Bei dem Schusswechsel wurden beide Männer verletzt. Das reiche Opfer hat sich danach mit der Polizeitruppe und auch mit den Feuerwehrleuten, die an seiner Rettung beteiligt waren, angefreundet. Die Anlage hier ist ein Geschenk an die pensionierten Staatsbediensteten. Wer dafür qualifiziert ist, kann hier für minimale Kosten leben. Wir sind unabhängig und finanziell gut ausgestattet und sehr gut geschützt. Das genügt mir, sagte ich. Sie werden noch mehr darüber hören, wenn Sie hier eine Weile wohnen, sagte er und stand auf. Er reichte mir seine Karte. Sie erreichen mich unter jeder dieser drei Nummern. Rufen Sie mich an, wenn Sie was wissen wollen. Ich möchte jetzt noch was wissen. Schießen Sie los. Was hat es mit den Garrison-Properties unten am Highway auf sich? Die sind schon seit 15 Jahren im Geschäft. Ein paar hochrangige Mafiosi sind unter den Pensionären. Aber wir haben keinen Hinweis, dass sie mehr Einfluss in Garrison haben als die pensionierten Zahnärzte oder Anwälte. Seit einer Weile schon versuchen Sie, Ihr Unternehmen aufzumotzen. Sie kaufen Land, legen große Grundstücke an und bauen großflächige Wohnanlagen. Ich würde sagen, Sie versuchen aus der Nähe zu Sunset Lodge Kapital für Ihr Projekt zu schlagen. Aber Sie sind doch schon seit 15 Jahren im Geschäft. Ja, und die Leute, die schon etwas länger dort wohnen, sind nicht besonders begütet. Ein paar Jugendbanden treiben sich da draußen rum und es heißt, dass sie mit Drogen dealen. Das soll bei diesen neuen, schicken Luxushäusern anders werden. Gab's Festnahmen? Einige. Aber alle wurden sofort wieder auf Kaution entlassen. Naja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich hier bin. Ich erhob mich. Es ist ein schönes Gefühl, bei den Guten untergekommen zu sein. Wir gaben uns die Hand, tauschten respektvolle, wenn auch skeptische Blicke aus und dann verschwand Captain Kinder. Ich unternahm eine zweistündige Spritztür durch Sunset Lodge. Danach hatte ich die Straßenverläufe und den Grundriss der Anlage weitgehend verinnerlicht. Unterwegs begegneten mir vier Gesichter, die ich aus Polizeirevieren in Manhattan kannte. Aber ich winkte den Männern nicht zu. An der Polizeiwache von Sunset Lodge entdeckte ich einen alten Sergeant, der schon in Rente gegangen war, als ich zum ersten Mal befördert wurde. Und zwei ehemalige aus dem 22. Mit einem Mal kam ich mir ganz wie zu Hause vor. Am Ende der Straße wendete ich und fuhr den Weg zurück zu der Wache, die so alt wirkte, aber neu gebaut war. Es war seltsam, dass man keine uniformierten Polizisten sah. Aber jeder, der das Gebäude betrat oder herauskam, lief in dem unverkennbaren Bullengang. Und wenn man ihnen auf die Füße schaute, dann entdeckte man nur zwei, die modische Halbschuhe trugen. Sonst hatte sich keiner von den alten Militärstiefeln getrennt. Die Parkplätze befanden sich hinterm Gebäude. Und ich fand einen und fuhr rückwärts hinein. Genau wie alle anderen. Alte Gewohnheiten lassen sich nur schwer ablegen. Ich war kaum ausgestiegen und ein paar Meter gelaufen, als ich eine Stimme hörte. Verdammt, wen haben wir denn da? Joe Pender war Sergeant bei der Army gewesen, bevor er Vollzeit bei den Bullen eingestiegen war. Weiter als zum Sergeant hatte es der kräftige Rotschopf nicht bringen wollen. Die Pension war ordentlich und nebenher hatte er sich mit einem anderen Bullen ein kleines Geschäft aufgebaut, in dem sie alte Häuser instand setzten und vermieteten. Er hatte gut ausgesorgt. Freut mich wirklich, dich hier zu treffen, sagte ich. Ich wusste nicht, dass du dich auf deine alten Tage in Florida niedergelassen hast. Als wir uns die Hände schuettelten, sagte er, das war die Idee von meiner Frau. Sie ist völlig vernarrt in Florida. New York ist ja zu anstrengend geworden. Ziehst du auch hierher? Ich habe mir ein Haus in der Cannes Avenue gekauft. Schickmann, er lachte. Da haben die hohen Tiere ihre Zelte aufgeschlagen. Am hinteren Ende der Straße wohnt ein früherer Polizeipräsident und gleich nebenan zwei Kriminalkommissare. Bestimmen die immer noch, wo es lang geht, fragte ich. Nee, wir sind ein sehr demokratischer Club hier. Er nickte in Richtung des Gebäudes hinter ihm. Verdammt nochmal, Jack, komm mit rein und wir sehen zu, dass du auf die Dienstliste kommst. Ich bin erst gestern eingezogen. Er packte mich am Arm und sagte, und deshalb kommst du heute zurück zum Dienst. Dienst? Na ja, klar. Die Jungs flippen doch aus, wenn sie ihr ganzes Leben bei der Polizei vergessen und einfach Zivilisten sein sollen. Wir wechseln uns im Schichtdienst ab und unterstützen Kinder beim Wachschutz. Es gibt keine Hierarchien, keinen Anwesenheitsappell und es gibt öfter mal ein Wettschießen auf unseren eigenen Schießständen. Und wer kommt für die Munition auf, fragte ich ihn. Wir schießen mit wiederverwendbaren Geschossen, alle Kaliber. Sogar die Frauen sind manchmal dabei. Kann man die denn unbesorgt mitnehmen? Es hat noch keine einzige Scheidung gegeben, seit wir alle hierhergezogen sind. Das Seniorenleben ist einfach großartig. Jeannie und ich hätten fast miteinander Schluss gemacht, bevor wir heruntergezogen sind. Und jetzt knutschen wir und legen uns dauernd in den Armen. Joe Pender hatte recht. Für eine ganze Gruppe von gewieften alten Polizisten hatte in Sunset Lodge ein brandneues Leben begonnen. Sie hatten sich den Schmutz New Yorks und New Jerseys von den Klamotten geklopft und gegen die kurzen Hosen und den Sonnenschein von Florida eingetauscht. Aber die Polizeiarbeit konnten sie nicht so einfach aufgeben. Wie eh und je hingen in der Wache getippte und handgeschriebene Ankündigungen von gemeinsamen Ausflügen und dergleichen an den Wänden. Und an zwei Stellen steckten offizielle Fahndungsbilder von gesuchten Verbrechern, die jemand aus der großen Stadt an das Clubhaus weiterleitete. »Ne?« »Wie gefällt's dir?«, fragte Joe. »Ganz wie daheim«, erwiderte ich. »Stimmt. Und jetzt melden wir dich an. Mann, du kriegst sogar wieder ein Abzeichen. Es war nur winzig, aber drüben in den Städten kriegst du damit einen Rabatt von fünf Prozent. Brauchst nur das Blech vorzuzeigen.« Ich schüttelte nur den Kopf und folgte ihm zum Empfangstresen, wo ich dann in dieser neuen Scheinwelt einen halboffiziellen Status verliehen bekam. Ich verabschiedete mich von Joe und trat wieder auf die Straße. Ein halbes Dutzend alter Damen in Tenniskleidung kreischte aufgeregt wie kleine Kinder, während sie zu den Tennisplätzen rüberschlenderten, wo sie ihre Aufschläge übten oder was sie da sonst trieben. Ich musste ihnen eine halbe Minute nachstangen, dann erst erkannte ich sie. Als ich sie zuletzt gesehen hatte, wogen sie alle über hundert Kilo und mussten in den Boutiquen für Mollige und Übergrößen einkaufen, wobei keine der Damen besonders groß gewesen wäre. Sunset Lodge hatte ihnen Figuren wie Revue-Mädchen beschert. Ich konnte nur hoffen, dass ihre Ehemänner das zu schätzen wussten. Ich stieg in den Wagen und verließ den Parkplatz. Ich habe nie einen großen Hund besessen. Wo ging man mit so einem Tier an der Leine hin? Wie lange dauert so ein Spaziergang? Ich fuhr zweimal ums Karree, sah aber keine Spur von Betty und ihrem Greyhound. Schließlich stellte ich den Wagen in meiner Auffahrt ab und setzte mich in den Schaukelstuhl auf der Veranda. Fünf Minuten lang saß ich nur da und hatte das Gefühl, als könnte mich jeden Moment eine Schlange anfallen. Ich stand am ganzen Körper unter Strom. Dann hörte ich ein Jaulen und schaute nach links. Das Geräusch war nur kurz gewesen und stammte aus der Kehle eines großen Tieres. Es hatte etwas gesehen, das ihm gefiel, und deshalb ein Laut der Begeisterung von sich gegeben. Wie Wasser, das sich aus einem überfließenden Krug ergießt, fiel die Anspannung von mir ab, als ich Betty und Tacos endlich sah. Und ich erhob mich, ging von der Veranda und wartete am Straßenrand auf sie. Tacos ließ sie wissen, dass jemand vor ihr auf dem Gehweg stand. Ich konnte hören, wie er vor Freude leise winselte. Wie zum Teufel konnte ein Hund über uns Bescheid wissen. Ich wollte sie nicht erschrecken, deshalb sagte ich, »Ich bin's, ihr neuer Nachbar!« Leise setzte ich hinzu, »Jack«. Sie trug eine schwarze Sonnenbrille und die ausdruckslosen Gläser richteten sich auf mich. »Ich habe schon alles über sie erfahren. Die Ladies drüben auf der Wache sorgen dafür, dass alle bestens informiert sind. Ich kenne ein paar von ihnen. Das haben sie schon erwähnt. Und alle mögen sie. Wussten sie das auch? Na ja, ich bin nie verhaftet worden. Polizisten verhaftet man ja auch nicht, oder? Wäre ja noch schöner, brummte ich nur. Sie trug einen verzierten Drahtkorb, in dem sich Briefe und ein paar Lebensmittel befanden, und ich schob meine Finger unter den Griff und nahm ihn ihr ab. »Waren die Briefe in Blindenschrift geschrieben, oder las sie ihr jemand vor?«, fragte ich mich. »Kümmern Sie sich um Ihren Hund«, sagte ich, »und ich trage Ihnen die Lebensmittel hoch. Meine erste gute Tat heute.« Langsam wandte sie den Kopf und schien zu Takos hinunterzublicken. »Wirklich seltsam«, sagte sie leise. »Was?« Takos hat sich nicht mal gerührt, um sie daran zu hindern, mir den Korb abzunehmen. »Sollte er das?« »Er hat einen ausgeprägten Beschützerinstinkt.« »Den habe ich auch«, sagte ich und grinste dabei. »Er hat gemerkt, dass wir Seelenverwandte sind.« Keine Ahnung, warum sie mit ihren empfindlicheren Sinnen nicht mitbekamen, wie laut mein Herz klopfte. Die Muskeln in meinem Kreuz hatten sich unangenehm verkrampft, aber der große Windhund schien zu merken, dass etwas vor sich ging. Denn er blickte mir einen Moment prüfend in die Augen, dann zerrte er an der Leine und ging die Treppen zur Veranda hoch. Betty folgte ihm. Sie schob den Schlüssel ins Schloss, drehte den Knauf und ließ den Hund zuerst ins Haus. Dann fragte sie mich, »Kommen Sie noch auf einen Drink rein, Jack?« Ein paar Sekunden lang antwortete ich nicht, deshalb setzte sie nach. »Wir sind jetzt Nachbarn, wissen Sie?« »Und Sie haben einen ziemlich großen Hund mit langen Vampirzähnen, falls Ihnen jemand zu nahe kommt.« »Genau«, stimmte sie mir vollkommen liebenswürdig zu, »das macht er, weil er mich liebt.« Die Minute, die es dauerte, bis ich endlich antwortete, hätte er fast schon verraten müssen, was mir durch den Kopf, aber noch nicht über die Zunge ging. Schließlich fragte ich sie, »Wie schwer ist Tacos eigentlich?« »Knapp 55 Kilo«, sagte sie, »und alles nur Muskeln.« »Er ist sehr klug, aber zu groß für Hunderennen.« »Woher haben Sie ihn denn?« »Er sollte eingeschläfert werden.« »Ich habe ihn gerade noch rechtzeitig gerettet.« »Er hat mir die Hand gelegt und mir so einen wissenden, bittenden Blick zugeworfen.« »Deshalb gehört er jetzt zu mir und ich zu ihm.« »Also ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen,« sagte ich, »aber was ist ein wissender Blick, wenn man blind ist?« Sie überlegte keine Sekunde. »Er wusste einfach, dass ich blind war und dass wir einander brauchen.« Ich nickte und sagte leise, »Ja, das verstehe ich.« Sie drehte den Kopf und schaute mich an. Ich wusste, dass ihre Augen hinter den dunklen Gläsern irgendwie meine gefunden hatten. »Verstehen Sie es wirklich?« »Ja,« flüsterte ich. »Sind wir uns schon mal begegnet?« fragte sie unvermittelt. »Warum fragen Sie das? Ich bin zum ersten Mal hier.« Ohne eine Antwort ging sie in die Küche. Der Grundriss war derselbe wie bei mir, die beiden Häuser waren nach identischen Entwürfen gebaut. Ich hörte, wie der Kühlschrank auf- und zugemacht wurde, und sie kam mit zwei Gläsern Eistee zurück und reichte mir eins davon. Dann setzte sie sich auf die vordere Kante eines gepolsterten Hockers und nippte kurz an ihrem Tee. »Ich hatte vor langer Zeit einen Unfall«, sagte sie. »Man hat mir das erzählt.« »Ich erinnere mich überhaupt nicht daran. Auch nicht an die zwanzig Jahre meines Lebens davor.« »Interessiert es Sie nicht, was darüber rauszufinden?« Betty schüttelte leicht den Kopf. »Man hat mir gesagt, alle meine Verwandten wären tot.« »Na ja, irgendjemand muss doch für ihren Unterhalt hier aufkommen.« »Ja«, sagte sie. »Der Mann, der, sagen wir, der mich nach dem Unfall adoptiert hatte.« »Er lebt nicht mehr.« »Doch vor seinem Tod hat er das alles in die Wege geleitet.« »Und niemand hat sich in all den Jahren nach Ihnen erkundigt?« »Soweit ich weiß, schon. Aber angesichts meines psychischen Zustands damals hat mich das überhaupt nicht interessiert.« »Das tut mir leid«, sagte ich. Sie drehte wieder den Kopf und schaute mir direkt in die Augen. Es war, als könnte sie wie ein kleiner Tümmler per Echo-Ortung ihre Umgebung durch Geräusche wahrnehmen. Ich fragte mich, ob sie wohl hören könnte, wie ich blinzelte. »Der Körper kann den Verlust eines Sinnesorgans kompensieren«, murmelte sie, und bat mich dann völlig unvermittelt. »Sagen Sie meinen Namen.« Ich wartete einen Moment, holte tief Luft, dann sagte ich ruhig, »Betty, seit Sie mich heute Morgen zum ersten Mal angesprochen haben, kommt mir Ihre Stimme bekannt vor.« »Inwiefern?«, fragte ich. »So, wie ich jedes Geräusch von Tacos kenne. Ich weiß, was er mir sagen will, seine Stimmung, was er mag und nicht mag. Umgekehrt ist das genauso. Irgendwie kommt es mir vor, als würde ich die Art, wie Sie reden, wiedererkennen. Am liebsten wäre ich einfach mit der Wahrheit herausgeplatzt. Ich wollte es herausschreien, aber Ihr Verstand war schon einmal schwer beschädigt worden, und ich wollte nicht noch mehr Unheil anrichten. So sagte ich, »Naja, Betty, ich bin nur ein alter Bulle aus New York, und wahrscheinlich sind meine Sätze gespickt mit ziemlich bunten Ausdrücken, oder? Ich verfalle in den Straßenslang, und er ist selten salonfähig. Aber so ganz kapiere ich nicht, auf was Sie hinaus wollen.« Etwas war sehr merkwürdig an der Art, wie sie mich anlächelte. »Es wird mir schon noch einfallen«, sagte sie. »Das ist immer so.« Sie streckte die Hand aus, legte sie mir ums Handgelenk und fragte, »Können Sie sich vorstellen, wie das ist, wenn man einen neuen Freund gefunden hat?« Ich legte meine andere Hand auf ihre, und der große Hund gab einen seltsamen, kehligen, erfreulich klingenden Laut von sich. »Tagos mag sie«, erklärte sie mir. »Mir entfuhr ein zufriedenes Brummen.« Dann sagte ich vorsichtig, »Das klingt vielleicht jetzt seltsam, aber...« »Hat irgendwann einmal jemand versucht, Sie, naja, anzugreifen?« Eine Falte erschien auf ihrer Stirn, als sie über die Frage nachdachte, dann schüttelte sie den Kopf. Nachdem sie noch länger überlegt hatte, sagte sie, »Ich hatte nie mit jemandem Schwierigkeiten.« »In der Gegend hier kennt jeder jeden. Alle hier kümmern sich um mich oder bieten mir ihre Hilfe an.« »Ich komme wirklich gut alleine zurecht.« »Warum fragen Sie das?« »Na ja, Sie sind ja eine ziemlich heiße Nummer, Miss Bryce.« Ich grinste kurz, um den anzüglichen Ton zu entschuldigen, dann fiel mir ein, dass sie das ja nicht sehen konnte. »Ich verstehe schon, warum die Jungs sich um Sie kümmern wollen.« »Aber Sie haben von Angreifen gesprochen.« »Heutzutage«, sagte ich, »ich können die Gerichte aus jeder Art von Anmacher einen Angriff machen.« »Ne ganze Menge von Klugscheißern, die das Maul zu weit aufgerissen haben, sind im Knast gelandet, weil sie wehrlose Frauen blöd angemacht haben.« »Takos passt ziemlich gut auf mich auf.« Sie lächelte auch. »In letzter Zeit bin ich nur einem solchen Klugscheißer, wie Sie sagen, begegnet. Ein junger Kerl, der eine wirklich hässliche Bemerkung machte.« »Wie jung?« »Zumindest war er kein alter Lustmolch. Ich konnte ihn ja nicht sehen, deshalb kann ich ihn auch schlecht beschreiben. Seine Stimme hat mir alles Wichtige verraten. Auf jeden Fall habe ich ihn nie mehr getroffen.« »Was haben Sie zu ihm gesagt?« »Nichts. Ich habe ihm nur einen verächtlichen Blick zugeworfen, zumindest hoffe ich, dass es so gewirkt hat. Aber wahrscheinlich hat er ihn gar nicht gesehen, weil ich die Sonnenbrille aufhatte.« »Ich wagte ein kleines Experiment. Darf ich Sie was fragen?« »Natürlich, wir sind doch Freunde.« »Warum tragen Sie sie?« »Die Sonnenbrille, meine ich.« »Ihre Augen sind wunderschön.« Sie dachte darüber nach. Manchmal kann ich die Sonne auf meinen Augen spüren, fast, als ob das Licht mir zu hell wäre. »Tatsächlich?« Sie wandte mir den Kopf zu und sie schien auf meinen Mund zu schauen. Am liebsten hätte ich sie geküsst. »Ich weiß es nicht,« sagte sie. »Erklären Sie es mir. Abends, wenn der Tag vorbei ist, da kann ich, also ich glaube, abends kann ich einen roten Sonnenuntergang sehen.« »Ja?« »Die Ärzte haben gesagt, mein Verstand würde mir etwas vorgaukeln. Was ich sehe, das wäre nur das Abbild einer Erinnerung.« »Was haben Sie zu den Ärzten gesagt?« »Ich wollte Ihnen sagen, dass Sie Idioten sind. Ich habe etwas gesehen, und es war ein Sonnenuntergang. Keine Umrisse oder Formen, aber die Farben waren da. Etwas, das wunderschön leuchtete, hat mir ins Gesicht geschienen.« »Aber was haben Sie zu den Ärzten gesagt?«, fragte ich noch einmal. »Dass ich einen Sonnenuntergang gesehen habe.« »Sie haben so lange auf mich eingeredet, bis ich es anders formulierte, dass ich dachte, ich hätte einen Sonnenuntergang gesehen.« »Wann müssen Sie denn wieder zum Arzt?« »Von mir aus gar nicht mehr,« erwiderte sie. »Ich brauche keine Ärzte mehr. Ich bin blind. Es besteht keine Hoffnung, dass ich mein Augenlicht wiedererlange.« »Das haben mir alle Ärzte bestätigt. Warum sollte ich mich also noch mit Ihnen herumschlagen?« »Sie geben also auf?« »Nein.« »Ich will nur das Beste aus dem machen, was ich habe.« »Und was ist das?« Sie dachte darüber nach und streichelte dabei Tacos Kopf, worauf es eine große Schnauze an ihrem Bein rieb. Dann sagte sie leise. »Ich erinnere mich nicht an meine Vergangenheit. Deshalb kommt mir mein jetziges Leben immer so vor, als existierte ich in einer Papiertüte. Und meine Zukunft ist vollkommen ungewiss.« »Das glauben Sie?« »Ach kommen Sie, Nachbar Jack, wie hätte meine Zukunft wohl ausgesehen, wenn ich nicht einen Wohltäter wie meinen alten Tierarzt gehabt hätte, hm?« Unvermittelt schenkte sie mir ein breites Lächeln und fuhr fort. »Wie alt sind Sie, Jack?« »Mua. Die fünfzig habe ich hinter mir.« »Ich bin fast dreiundvierzig.« »Hm. Sie sind doch ein Kind,« sagte ich, »fast ein Baby hier im Dorf.« Es war, als hätte ihr jemand ein Messer in die Brust gerammt. Sie riss den Kopf zu mir herum, und meine Augen waren plötzlich mit diesen dunklen Gläsern konfrontiert, die ihre blinden Augen schützten, und ein Schauder lief ihr über die Schultern. Dann holte sie tief Luft und sprach aus, was ihr durch den Kopf ging. »Was haben Sie gerade gesagt?« »Dass Sie noch ein Kind sind.« Ihre Gesichtszüge waren angespannt, und ihr Blick schien mich zu suchen. Doch dann verschwand, was immer sie vor ihrem inneren Auge gesehen haben mochte. Sie flüsterte. »Seltsam.« »Was denn?« »Dass jemand Kind zu mir sagt.« »Warum würde ich mich an sowas erinnern?« Und in diesem Moment erinnerte ich mich. Ich hatte sie immer »Kind« genannt. Ich hatte sie fest in den Armen gehalten und geküsst und geschmeckt, wie süß sie war, und wir hatten davon geredet, was wir tun würden, wenn sie endlich erwachsen war. Von diesen Unterhaltungen hätte ich nie im Leben etwas bei den Jungs auf der Wache verlauten lassen. Polizisten sind merkwürdige Leute mit ihren extrem engen Verhältnissen zu Partnern und Kollegen. Es herrscht ein Vertrauen, das nicht gebrochen werden kann. Aber ich hätte diesen Burschen auf keinen Fall auf die Nase gebunden, dass ich mich wahnsinnig in ein Mädchen verliebt hatte. Doch als Betty bei dieser wilden Entführungsgeschichte verschwand, hatten sie für mich zusammengehalten. Und ich war ihnen nie wieder untreu geworden. Doch jetzt war ich hier. Und wer erinnert sich schon noch an die alten Zeiten? Aber da war jemand, der sich erinnerte. Ich konnte es spüren. Verdammt nochmal, diese Jahre waren nur eine Unterbrechung gewesen, eine Zeit des Wartens, die jetzt fast vorbei war. Betty sagte, »Ich muss Tacos füttern. Möchten Sie mir helfen?« »Brauchen Sie Hilfe, wenn Sie den Hund füttern?« »Ich brauche Hilfe, weil ich mit meinem neuen Nachbarn reden möchte. Seit ich hier wohne, hat Ihr Haus immer leer gestanden.« »Also gut, junge Dame.« »Sie haben schon wieder sowas gesagt.« »Was?« »Sie haben junge Dame zu mir gesagt. Das ist noch schlimmer als Kind.« »Sie sind jünger als ich,« sagte ich. »Na schön, keine Frau wird Ihnen da widersprechen.« Und wieder nahm ich Ihre Hand in meine, und ohne dass wir es merkten, verschränkten sich unsere Finger und kommunizierten in einer wortlosen Sprache, die nur ganz besondere Menschen verstehen können. Oben an der Treppe sagte Betty, »Jack?« »Was ist?« »Sind Sie sich sicher?« »Wobei?« Sie wandte mir das Gesicht zu, hob die Hand und nahm die Sonnenbrille ab. Und da waren sie wieder, diese haselnussbraunen Augen. Ein wundervolles Haselnussbraun, in dem braune und grüne Punkte schillerten. Es war mir ein Rätsel, wie sie es schaffte, dass sie mir genau in die Augen schaute. Aber sie sah mich an, blickte mir direkt ins Gesicht. Dann glitt ein Lächeln über ihre Lippen. Ich schnippte mit den Fingern, damit der Hund kam, und verdammt, der Köter grinste mich doch tatsächlich an. Kein Schwanzwedeln, nur so ein verdammtes Grinsen. »Was denken Sie?« fragte Betty. »Das möchten Sie bestimmt nicht wissen, Sweetie.« »Jack?« »Sie haben es wiedergetan.« »Was denn?« »Sie... Sie haben Sweetie zu mir gesagt.« »Das passt doch wunderbar zu Ihnen, Kleines«, sagte ich. »In Ihren Augenwinkeln erschienen kleine Fältchen. Es ist, als ob ich ein Echo höre. Und Echo sind nicht real, oder?« »Etwas war vor dem Echo da«, sagte ich ruhig. »Nur etwas Reales kann ein Echo auslösen, Sweetie.« Sie schüttelte den Kopf, wie es Mädchen oft tun, sodass ihr die Haare ins Gesicht fielen, und als sie lachte, klang es wie ein heller Glockenton. »Na, dann wollen wir meinem großen Beschützer mal zwei Dosen von seinem Lieblingsfutter an eine große Schüssel Hundekuchen servieren.« »Fast hätte ich sie gefragt, was sie danach vorhatte. Aber sie kam mir zuvor. Und weil ich ja anscheinend keine Vergangenheit habe, können sie mir danach alles über ihre erzählen.« »Hm. Polizisten sind zum Schweigen verpflichtet«, knurrte ich. »Quatsch! Die schreiben doch jetzt alle Bücher über ihre Fälle. Ein paar haben sogar schon Filme über ihre Heldentaten gedreht.« »Kennen Sie welche von diesen Polizisten, Jack?« »Eddie Egan gab ich zurück. Er war ein großartiger Cop.« »French Connection?« »Und andere Filme.« Ich nickte, obwohl sie die Bewegung nicht sehen konnte. »Was haben Sie gemacht, Jack?« »Routinefälle«, sagte ich. »Bei der Polizeiarbeit läuft alles nach einer festgeschriebenen Vorgehensweise ab. Darum erwischen wir ja die Bösen auch fast immer.« »Und wie war es für Sie, als Sie Ihren Dienst quittieren mussten?« »Bis jetzt war es ziemlich beschissen.« Sie kicherte wie ein kleines Mädchen. »Hm. Was ist passiert, dass sich Ihr Leben als Pensionär verbessert hat?« »Ich habe plötzlich eine neue Nachbarin bekommen. In New York City bekommt man nie neue Nachbarn. Das sind immer nur die Leute von nebenan. Oder der Kerl, dem man jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit im Fahrstuhl zunickt.« »Und konnte es ihr nicht sagen. Noch nicht. Und Betty konnte dasselbe unsichtbare Band zwischen uns sehen und drückte mir sanft die Hand.« »Tacos hat mich nicht gebissen, Kleines.« »Sehr leise«, sagte Betty. »Du hast nicht nur einen neuen Nachbarn bekommen, der dich mag, Jack.« Ich ließ ihre Worte in der Luft hängen, dann sagte ich, »Es tut mir leid.« »Es gibt nichts, was dir leid tun muss.« »Doch, ich bin gerade erst eingezogen, einen Tag erst, und schau, was passiert ist.« »Weißt du, wie ich mir plötzlich vorkomme? Wie ein Schuft komme ich mir vor, dass ich mich so habe gehen lassen.« Sie legte mir den Zeigefinger auf die Lippen. »Weißt du, wie ich mir mit einem Mal vorkomme?« »Es war unmöglich, diese Frage angemessen zu beantworten, deshalb schwieg ich.« »Mir fehlt jede Erinnerung an meine Jugend. Man hat mir gesagt, dass ich sehr hübsch und sehr klug gewesen sei, und dass junge Männer ständig versucht hätten, wie drückt man das aus, mir nahe zu kommen?« Und kaum hatte sie das gesagt, verzog sie plötzlich das Gesicht. Das kurze Aufflammen einer Erinnerung zerrte etwas aus der Vergangenheit hoch, das ihr zusetzte. »Was ist los?« fragte ich. Über zehn Sekunden lang stand sie nur da und starrte ins Leere. Es war, als würde eine Maschine vollkommen geräuschlos arbeiten. Die Räder drehten sich, aber nichts von der Energie kam in ihrem Erinnerungsvermögen an. Mit ausdruckslosem Gesicht fragte sie mich, »Jack?« »Jack, was ist gerade passiert?« »Du hast dich an was erinnert.« Sie schüttelte den Kopf vor sich mit der Hand über die Augen. »War es vielleicht etwas vor deinem Unfall?« Sie schüttelte wieder bestimmt den Kopf. »Es war nichts. Ich kann mich an nichts aus jener Zeit erinnern. Solche Aussetzer passieren manchmal.« »Betty, warst du je bei einem Psychologen?« Sie verzog wieder ganz leicht das Gesicht und nickte. »Einige Male.« »Warum fragst du?« »Konnte er eine Diagnose stellen, was deinen Fall betrifft?« »Ja.« »Offenbar habe ich einen Hirnschaden erlitten. Nicht lebensbedrohlich, aber doch so schwerwiegend, dass es die Amnesie verursacht hat.« Sie brach abrupt ab und biss sich auf die Unterlippe. »Müssen wir darüber reden?« Ich fuhr ihr über den Unterarm und drückte ihn leicht. Natürlich nicht Kleines. »Ich bin nur neugierig. Und ein Esel.« »Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Ich kann verstehen, dass du neugierig bist.« Sie lächelte wieder, und ich hätte sie am liebsten noch einmal geküsst, aber ich wollte sie nicht drängen. Dann fuhr sie fort. »Du bist einfach nur ein Buller, stimmt's? Immer müsst ihr Fragen stellen.« Sie hob die Hand und legte sie an meine Wange. »Du lächelst«, sagte sie. »Und du bist wahnsinnig hübsch«, erwiderte ich. Sie nahm meine Hand und zog mich zu sich ins Wohnzimmer. Niemand wäre je auf den Gedanken gekommen, dass sie blind sein könnte. Sie führte mich zu einem großen, lederbezogenen Sessel und ließ mich darin Platz nehmen. Dann schaltete sie ohne Schwierigkeiten den Fernseher ein und setzte sich auf das Sofa mir gegenüber. Wir schauten, oder in ihrem Fall hörten uns eine Weile einen Bericht auf dem Wetterkanal an. Sie lehnte sich in die Polster zurück, streckte die Beine aus, bis ihre Zehen meine Füße berührten. »Jack, du bist der erste wirkliche Besuch, den ich in meinem Haus hab.« »Dafür sind Nachbarn da.« Selbst mit geschlossenen Augen hätte ich gemerkt, dass sie mich angrenzte. »Was ist daran so witzig?«, fragte ich leise. »Du und ich.« Das fühlt sich so vollkommen natürlich an. »Was glaubst du denn, warum das so ist?« »Keine Ahnung.« Sie schwieg einen Moment, dann fragte sie. »Weißt du's?« Sie konnte es nicht sehen, aber ich nickte. Und sie merkte es auch. »Und du wirst es mir nicht sagen, stimmt's?« Ich sagte, stimmt. »Und jetzt sollte ich heimgehen. Ich komme morgen wieder.« Aber sie wusste, dass ich etwas vor ihr verbarg. Wie kommt es, dass Frauen solche Dinge immer spüren können? New Yorker Zeitungen finden in Florida reißenden Absatz. Ein beträchtlicher Teil der Stadtbevölkerung verbringt den Winter dort und besucht die andere große Gruppe von ehemaligen New Yorkern, die schon in den Sunshine State gezogen sind. Die Zeitungen halten sie alle über die Neuigkeiten in der Heimat auf dem Laufenden. Auf Seite 4 der Ausgabe, die ich mir geholt hatte, fand ich einen zweispaltigen Artikel. Den ich gar nicht gelesen hätte, wäre mir nicht der Name Credentials ins Auge gesprungen. Ray Burnwald, der Besitzer der Firma, war durch zwei Schüsse verletzt worden. Sein Büro war durchsucht und dort herumliegende Akten waren durchwühlt worden. Ebenso weitere Unterlagen, die bis zu 25 Jahre zurückgingen. Offenbar hatte jemand die Schüsse gehört und die Polizei verständigt, bevor noch weitere Akten durchwühlt werden konnten. Die Computer waren noch da, wahrscheinlich, weil die näherkommenden Sirenen den Eindringling vertrieben hatten. Niemand schien eine Ahnung zu haben, wonach er gesucht haben könnte. Ray Burnwald stand ein längerer Krankenhausaufenthalt bevor. Es gibt nur einen Grund, warum jemand ein solches Verbrechen begeht. Geld oder irgendeine Art von finanziellem Vorteil. In diesen Akten waren nur Informationen, keine wertvollen Dinge aus Gold oder Edelstein, die man schnell zu Geld machen konnte, sondern Unterlagen aus einer Zeit, als Computerdaten mit Sicherheit noch ausgedruckt und abgeheftet wurden. Allzu vertraulich konnten diese Informationen nicht sein, da die Akten an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt wurden. Ich erreichte Sergeant Davy Ross unter seiner neuen Dienstnummer und bat ihn, dem Einbruch bei Credentials nachzugehen und herauszufinden, ob Burnwald in der Lage war, kurz mit mir zu sprechen. Ich saß drei Stunden neben dem Telefon, beobachtete, wie Betty von einem Streifenwagen abgeholt wurde, in dem schon ein halbes Dutzend älterer Frauen saß, trank zwei Kannen Kaffee und schaute mir im Fernsehen einen alten Film an. Dann endlich kam der Rückruf. Davy Ross hatte sich an die Detektives gewandt, die in dem Fall ermittelten. An Beweisen gab es nur die Kugeln, die man aus Ray Burnwalls Körper geschnitten hatte. Glücklicherweise war sein Zustand stabil und er freute sich darauf, mit mir zu reden, wann immer es mir passte. Auch die ermittelnden Detektives wollten gern mit mir reden. Zwei von Burnwalls Mitarbeitern waren befragt worden, doch auch sie konnten sich nicht vorstellen, wonach der Einbrecher gesucht haben könnte. Der eine war für die Aktenablage zuständig, und er erwähnte immerhin, dass drei der Akten gründlicher als die anderen durchforstet worden waren. Doch eine Abgleichung mit Kopien der Akten ergab, dass nichts fehlte. Ich fragte Davy nach den Zeiträumen, auf die sich die Akten bezogen, und nachdem er in seinen Notizen nachgesehen hatte, konnte er mehr Jahr, Monat und sogar die Woche nennen. Was weißt du über den Fall, Jack? fragte Davy. Noch nichts. Aber dir geht was im Kopf rum. Da liegst du verdammt richtig, Davy. Aber ich muss erst noch ein paar Dinge überprüfen. Ich will den Jungs, die mit dem Fall betraut sind, keine Schwierigkeiten machen. Lass es mich wissen, wenn ihr Hersteller und Modell der Kugeln habt, die man aus Burnwall rausgeholt hat. Geht klar, Buddy. Kann ich sonst noch was für dich tun? Im Moment nicht, vielleicht später. Die Jungs wollen wissen, wie's dir geht. Ich komm zurecht. Und wie geht's der Straße? Die alte Lady hängt immer noch auf ihrem Kissen im Fenster. Sie sollte doch nach Elisabeth ziehen. Ihre Tochter ist krank geworden, soll aber anscheinend heute vorbeikommen, hat man mir gesagt. Werden die die Straße denn nie anständig sterben lassen? Davy lachte kurz, verabschiedete sich und legte auf. Ich schaute mir die hingekritzelten Notizen auf meinem Blog an. Die Akten, die am gründlichsten durchforstet worden waren, stammten aus dem Zeitraum, direkt bevor Betty entführt worden war. War Betty irgendwie auf Informationen in diesen Akten aufmerksam geworden? Hatte Betty die betreffenden Seiten selbst entfernt, höchstwahrscheinlich, um sie mir zu geben? Wenn ja, dann erinnerte sich Betty überhaupt nicht daran. Verdammt! Ein paar Stunden später meldete sich Davy Ross wieder. Ich erkannte seine Stimme sofort. Hallo, Buddy. Was hast du für mich? Was die Identifizierung der Kugeln von Burnwald betrifft, das kannst du vergessen. Sie passen zu keinem der Waffenmuster, die wir im Computer haben. Der Schütze hat die Waffe wahrscheinlich eh schon längst im Fluss versenkt. Und es gibt keine Zeugen, die gesehen hätten, wie jemand sich Zutritt zu den Büros von Credentials verschaffte. Ich nickte in den Hörer. Hab ich mir schon gedacht. Was geht dir im Kopf rum, Jack? Ich kann's noch nicht in Worte fassen, Buddy. Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. Roger and out, Captain. Als ich gerade auflegen wollte, sagte er Hey, Jack. Ja? Ich wollte dir noch was erzählen, hätte ich fast vergessen. Ich habe gerade die alte Bessie O'Brien getroffen, als ihre Tochter sie abgeholt hat. Sie hat mir was ziemlich komisches erzählt. Was denn? Sie hat anscheinend einen Kerl auf der toten alten Straße rumlaufen sehen. Er hat sie an Bucky Moller erinnert, der ein paar Häuser neben ihr gewohnt hat. An den Miss Caller erinnerst du dich doch bestimmt, oder? Na ja, klar, Davy. Und ich erinnere mich auch noch gut an die Blue-Up-Towners, die Bucky mit einem gestohlenen Wagen erledigt haben. Sie haben ihn ziemlich zu Brei gefahren. Na ja, du kennst ja die alte Bessie. Sie weiß über alles Bescheid, was auf der Straße passiert ist. Ja, ja, sie war immer eine ziemlich verlässliche alte Tratsche. Aber bei der Sache jetzt muss sie sich täuschen. Bist du dir da sicher? In der Hosentasche der Leiche damals wurden Bucky's Geldbeutel und ein Abholschein von der Reinigung gefunden. Voller Blut, aber lesbar. Vielleicht hast du recht, Jack. Aber nicht mal seine Familie konnte Bucky im Leichenschauhaus identifizieren. Und die alte Bessie schwört, dass er es war. Bessie ist auch nicht mehr die jüngste, Davy. Wir auch nicht, Jack. Sie wusste, dass ich vorbeikommen würde. Genau wie ihr Hund. Schon als ich meine Tür schloss, hörte ich das leise jaulen. Und Betty wandte den Kopf, lächelte mir über die Entfernung zwischen unseren beiden Häusern zu und winkte. Sie hatte ihre Sonnenbrille abgelegt und irgendwie folgten ihre Pupillen mir, während ich die Treppe runterging und zu ihrer Veranda hinüberschlenderte. Als ich vor ihr stand, hielt sie mir die Hand entgegen, und als ich ihre Finger küsste, zuckten ihre Augenbrauen ein ganz klein wenig. Niemand musste mir diese Geste erklären. Es konnte nur heißen, dass sie sich unbewusst erinnerte. Früher hatte ich oft ihre Hand geküsst, aber nie an einem Ort, wo uns jeder sehen konnte. Große, taffe Bullen küssen einer jungen Lady nicht öffentlich die Hand. Ihren Müttern vielleicht oder ihren Großmüttern. Aber nicht einem umwerfend schönen, hinreißenden Mädchen. Ich zog einen Stuhl heran und setzte mich neben sie. Ich wollte sie mit meinen Fragen nicht manipulieren, aber irgendetwas musste ihr Erinnerungsvermögen wecken. Du hast bei einer Firma namens Credentials gearbeitet, stimmt's? Woher? Ihr Mund verzog sich und sie hielt inne. Der Name kommt mir bekannt vor, sagte sie. Glaube ich zumindest. Das genügt mir. Ist das wichtig? Der Zeitpunkt war gekommen, wo ich ihr wirklich wehtun musste. Auf den heutigen Besitzer von Credentials ist ein Mordanschlag verübt worden, und in seinem Büro wurden Akten durchsucht. Er wurde verletzt, aber er lebt. Sein Name ist Ray Burnwald. Mr. Burnwald platzte sie heraus. Die Farbe wich aus ihrem Gesicht. Kanntest du ihn? Ich erinnere mich nicht. Es kommt mir so vor als... Was? Der Name... Ich hab den Namen schon mal gehört. Sie blickte mir ins Gesicht, und trotz ihrer Blindheit war es, als ob sie mich sehen könnte. Würdest du was ausmachen, wenn ich dir ein paar Dinge über dich erzähle? fragte ich leise. Nein, bitte sag mir alles. Du hast bei Credentials mit Computern gearbeitet. Dein Aufgabenbereich war die Datenverarbeitung. Betty schien die Worte stumm vor sich hin zu sagen, wobei sich ihre Lippen ein wenig kräuselten. Datenverarbeitung wiederholte sie ruhig. Mr. Burnwald... Er war sehr nett. Und mehr bekam ich nicht raus aus ihr. Aber es war ein Anfang. Und da war er wieder, dieser Blick. Sie schaute mich an, ohne mich zu sehen. Ihre Pupillen starrten mir direkt in die Augen. Ein unschlüssiger Ausdruck lag in ihnen. Es dauerte vielleicht fünf Sekunden. Dann wirkten sie wieder völlig unbeteiligt. Auch das war ein Anfang. Ihre Stimmung schien sich auf den Greyhound zu übertragen. Mitten im Gehen erstarrte er mit aufgerissenem Maul die riesigen Zähne deutlich sichtbar und bewegte den Kopf ein paar Zentimeter, sodass er uns beide im Blick hatte. Wahrscheinlich fragte er sich, warum dieser Besuch solche Emotionen auslöste. Ich striche über den Arm und drückte ihn. Was hältst du davon, wenn wir drei einen Ausflug mit dem Wagen machen? Es ist wunderbares Wetter draußen und... Aber ich kann das doch alles nicht sehen, Jack. Dann beschreibe ich es dir eben. Und du kannst die Blumen riechen? Takos kann den Autos nachbellen, die uns überholen. So was macht Takos nicht, sagte sie. Gut, komm, gehen wir. Takos sprang auf den Rücksitz und war sichtlich erfreut, dass er den ganzen Platz für sich hatte. Das Fenster war einen Spalt breit geöffnet, sodass auch er die Blumen riechen konnte. Wir fuhren durch das Zentrum von Sunset Lodge und Freunde von Betty riefen ihren Namen und winkten. Zwei meiner alten Kumpel verzogen etwas pikiert die Minen, als sie mich mit meiner blinden, sehr gut aussehenden neuen Freundin sahen. Zwei Straßen weiter ertönte das Klingeln des Eiswagens, der die Melodie eines patriotischen Liedes spielte. Ich fragte Betty, ob sie ein Eis wollte, aber sie schüttelte den Kopf. Die Jungs in dem Eiswagen sind mir zu frech. Was haben sie gemacht? Ich bin mit dem Hund unterwegs gewesen und sie haben mir nachgepfiffen und ziemlich anzügliche Bemerkungen gemacht. Was hast du denn angehabt? Ein Träger, Top und Shorts, alle Frauen haben das hier an. Betty, sagte ich, du hast eine ganz andere Figur als die Frauen hier. In Shorts, Kleines, bringst du die Männer um den Verstand. Ich bringe sie um den Verstand? Absolut. Du bist eine Gefahr für die jüngere Bevölkerung. Wir hatten die Einfahrt zu den Garrison Estates erreicht und heute tat ein uniformierter Wachmann in dem kleinen Torgebäude Dienst. Er kam mit einem Klemmbrett heraus, schrieb sich meine New Yorker Autonummer auf und fragte, wie er mir helfen könnte. Ich möchte mir nur ein paar Häuser anschauen, sagte ich. Das Garrison-Büro liegt direkt im Zentrum der Anlage. Sie können es nicht verpassen. Ich bedankte mich und fuhr die Straße hoch. Jetzt verstand ich, was Darius Kinder gemeint hatte, als er mir erzählte, die Garrison-Gruppe hätte vor, mit ihren Immobilien auf der anderen Seite des Highways potenzielle Käufer durch die geografische Nähe zu Sunset Lodge anzulocken. Großzügig angelegte Bauplätze waren mit Pfählen abgesteckt und neben einstöckigen Drei- und Vierzimmerhäusern im typischen Florida-Stil gab es auch weitläufige, luxuriöse, mehrstöckige Gebäude, vor denen teure ausländische und amerikanische Wagen im Schatten der Bäume parkten. Schließlich brach Betty das lange Schweigen. Was schaust du dir gerade an, Jack? Häuser von Leuten mit viel Geld, erwiderte ich. Diese Senioren hier in Garrison sind ziemlich betucht. Es ist so still hier. Naja, mit Geld kann man sich auch Ruhe kaufen, sagte ich. Die Atmosphäre in Sunset Lodge ist ganz anders. Hast du schon mal einen reichen Bullen oder Feuerwehrmann kennengelernt? Sie schüttelte den Kopf und lachte. Aber ich lerne ja eh niemanden kennen. Kennst du denn welche, die viel Geld haben? Nur wenn sie ins Filmbusiness gegangen sind oder im Lotto gewonnen haben. Und ich kannte eine Handvoll Bullen, die mit krummen Geschäften reich geworden waren. Doch die erwähnte ich nicht. Stattdessen sagte ich, na hier wohnen jedenfalls keine Bullen oder Feuerwehrleute. Allein schon von hier aus kann ich drei Villen sehen, von denen jede mindestens um die zwei Millionen Dollar gekostet hat. Rechts von uns liegt ein riesiger Golfplatz mit einem verdammt großen Clubhaus. Und wer spielt darauf? Niemand, sagte ich. Wahrscheinlich ist es zu heiß für die superreichen Touristen. Direkt vor mir kam eine Kreuzung mit einem Stoppschild und ich verlangsamte das Tempo und ließ zwei Eiswagen passieren. Auf diesem geheiligten Boden klingelten keine Glöckchen, die die Stille hätten stören können. Die Eiswagen fuhren in Richtung der Bootsanlegestelle, um ihre Eiscreme an die Fischer dort zu verkaufen. Ich erzählte es Betty und sie lachte leise und sagte, Da kann ich ihnen nur viel Glück wünschen. Die Fischer in Sunset Lodge trinken alle nur Bier. Sie hatte recht. Die meisten Leute gingen nach Sunset Lodge, wenn sie ein Bier trinken wollten. Doch warum sollte jemand versuchen, Profit aus der Popularität von Sunset Lodge zu schlagen? Man sollte annehmen, dass das Klientel ehemaliger Mafiosi, die zu den Kunden von Garrison gehörten, ihren Lebensabend keinesfalls Tür an Tür mit ein paar pensionierten Gesetzeshütern verbringen wollten. Oder machten sie sich einfach lustig über die Bullen in Sunset Lodge? Über was denkst du nach? fragte Betty. Ach, über was alte Bullen ebenso nachdenken, antwortete ich. Sie kicherte. Ihr Typen seid schon komisch. Bevor sie den Mund wieder zumachen konnte, beugte ich mich zu ihr hinüber und küsste sie. Ihre Hand lag neben meinem Bein, und sie drückte mir kurz und zärtlich das Knie. Das hatte sie früher immer getan. Es war ihre Art, Danke zu sagen. Offenbar war nicht alles in ihrem Gehirn zerstört worden. Diese unwillkürlichen Reflexe schienen wie von selbst einzusetzen. Aber mein Knie zu drücken, war nicht wirklich nur ein unbewusster Reflex gewesen. Sie wandte plötzlich den Kopf und schaute mich von der Seite an. Ich merkte, dass sie lächelte. Dann beugte sie sich zu mir und berührte mit dem Mund leicht meine Wange. Und ich fuhr ihr sanft und zärtlich über das Bein. Auch ich konnte Danke sagen. Leerstehende Gebäude, in denen sich Gewerbe ansiedeln sollte, warteten darauf, dass sie bezogen wurden. Ein paar Läden hatten schon geöffnet, aber es gab nur wenige Kunden. Auch auf den Gehwegen waren wenige Leute. Möchtest du hier aussteigen und dich umschauen, fragte ich Betty. Kann ich Tacos rauslassen? Sicher. Direkt vor uns ist ein großes, freies Gelände. Ich parkte, während sie den Hund herumführte und als er sein Geschäft verrichtet hatte, kam sie zurück zum Wagen. Dabei stolperte sie über etwas. Der Hund hob es auf und trug es zwischen den Zähnen. Ich sagte, ich glaube, Tacos hat was gefunden. Was hat er denn jetzt wieder angeschleppt? fragte Betty. Kein Knochen. Ich streckte den Arm aus und der Hund ließ ein oft benutztes kleines Ding in meine Handfläche fallen. Ich verriet seiner Herrin nicht, dass es sich um eine teure, handgeschnitzte Miniaturpfeife aus Elfenbein handelte, von der Art, wie sie reiche, kleine, verzogene Bengel gern bei sich trugen, um damit Marihuana oder Hasch zu rauchen. Dieses Modell stellte eine verführerische, schmutzig-weiße Lady dar. Bei Nacht waren diese leeren Grundstücke bestimmt wunderbare Spielplätze. Und hier in der Gegend wohnten genug reiche, verzogene Bengel, die gerne verrückte Spielchen spielten. Mein Kinderspielzeug, sagte ich. Ach, was ist es denn? Och, eine Pustefix-Pfeife für Seifenblasen, log ich. Aber nie im Leben widersprach sie mir leise. Lass es mich anfassen. Ich legte ihr die Pfeife in die Hand und beobachtete, wie sie sie zwischen den Fingern hin und her drehte, bevor sie sie mir zurückgab. Und? Und? Fragte ich. Geschnitztes Horn oder wahrscheinlich Elfenbein. Die Ränder der Schnitzereien sind noch ziemlich scharf, deshalb ist es nicht besonders alt, oder? Nein. Es soll eine Frau darstellen, stimmt's? Mit einer ziemlich sexy Figur. Nicht so sexy wie deine. Sie roch daran. Riecht nach Hasch. Da liegst du genau richtig, Sweetie. Captain Kinder sagt, dass sich immer noch ein paar Jugendbanden hier rumtreiben, auch wenn inzwischen immer mehr Hausbesitzer mit Geld in die Anlage ziehen. Vielleicht hat einer von den Halbstarken die Pfeife verloren. Betty schaute mich nicht an. Sie blickte starr geradeaus, versunken in ein Bild, das ihr offenbar durch den Kopf ging. Ich verhielt mich still, ließ sie sich ganz auf ihre Gedanken konzentrieren, während ich überlegte, in welche Richtung ihrer Erinnerung sie führte. Schließlich sagte sie, Credentials, und ballte die rechte Hand zur Faust. Sie legte den Arm über die Rückenlehne des Sitzes, damit Tacos ihr die Haut ablecken konnte. Ich rührte an der Erinnerung, wiederholte leise, Credentials, bis sie endlich nickte. Es gab da einen Mitarbeiter, sagte sie, ein junger Mann. Er besaß so eine Pfeife. Ich kann mich sogar noch an den Geruch erinnern. Wer war das, Betty? Wie hieß dieser junge Mann? Sie schüttelte den Kopf. Die große, schwarze Wolke hatte sich wieder über sie gelegt. Ich weiß es nicht, flüsterte sie. Ich hatte mit einigen Fällen von Gedächtnisstörung zu tun gehabt, bei Leuten, die wegen irgendwelcher wilden, kriminellen Handlungen hinter Gitter saßen. Unter Druck brachen sie zusammen und konnten sich an absolut nichts mehr erinnern. Man musste die Sache auf sich beruhen lassen, bis wieder so etwas wie zusammenhängende Gedanken hochkamen und sie darüber reden konnten. Es war wahnsinnig frustrierend, aber das gehörte dazu, wenn man ein Bulle war. Man blieb bei ihnen, bis die Tür zu ihrer Erinnerung aufsprang und man wieder eine Kleinigkeit erfuhr, die etwas mehr Sinn in den Fall brachte. Ich fuhr zurück zur Hauptstraße und steuerte auf das Tor am Ausgang zu. Als wir hinausfuhren, hielt uns der Wachmann nicht an, sondern winkte uns nur kurz zu. Dann waren wir wieder auf dem Highway. Der Greyhound auf dem Rücksitz merkte, dass wir nach Hause fuhren, und er stieß ein erfreutes Jaulen aus, nur für den Fall, dass wir es noch nicht mitbekommen hatten. Zu Hause brachte ich Betty noch die Treppe hoch zur Veranda. Ich hatte ihr den Arm um die Hüfte gelegt. Sie wollte mich zum Abendessen einladen, aber ich entschuldigte mich damit, dass ich noch viel zu erledigen hätte und wir uns später sehen würden. Sie lächelte zärtlich, fuhr sich über die Lippen, legte ihren Kopf in den Nacken und schaute hoch zu mir. Es könnte uns jemand sehen, sagte ich. Es ist aber niemand in der Nähe, Jack. Andernfalls hätte es Taco schon bemerkt und angeschlagen. Was bleibt einem alten Bullen da anderes übrig? Ihre Lippen waren warm und feucht und zitterten, und bei mir begann sich etwas zu regen, sodass ich mich sanft aus ihren Armen befreite. Sie merkte, welche Gefühle sie in mir auslöste und ließ mich los. Als Tacos vor ihr im Haus verschwand, ging ich die Treppe hinunter und hinüber zu meinem Haus. Mein Notizblock lag auf dem Tisch neben dem großen Sessel, und ich machte es mir dort bequem, nahm den Kugelschreiber und schrieb auf, was ich heute erfahren hatte, zusammen mit meinen kleinen Interpretationen der Ereignisse. Ich nahm die Elfenbeinpfeife, wickelte sie in Papiertaschentücher und verstaute sie in der verborgenen Wandkammer direkt neben meinen Waffen. Ich achtete nicht auf mögliche Fingerabdrücke auf der Pfeife. Die Schnitzereien waren zu fein, als dass ich dort ein ganzer Abdruck hätte finden lassen. Aber vielleicht hatte der unbekannte Künstler, der das Stück hergestellt hatte, irgendwo so etwas wie eine Signatur hinterlassen. Eine halbe Stunde später erwischte ich Davy Ross, als er gerade Dienstschluss hatte. Ich fragte ihn, wer für die Identifikation von ungewöhnlichen Beweisstücken zuständig war, und er gab mir die Telefonnummer und die Büroadresse der Abteilung. Ich rief sofort dort an. Offiziell war niemand mehr im Büro. Aber Bullen mit einem wissenschaftlichen Interesse halten sich selten an vorgeschriebene Arbeitszeiten. Es meldete sich ein Polizist, über den die Streife sich immer gerne lustig machte, weil er aus einer reichen Familie stammte, zwei Hochschulabschlüsse von angesehenen Universitäten hatte und trotzdem immer nur ein Bulle hatte werden wollen. Er durchlief die Ausbildung und arbeitete, bis er es zum Sergeant gebracht hatte. Dabei hatte er sich jede Menge Auszeichnungen verdient, aber es war ihm peinlich, sie sich an die Brust zu heften, weil für ihn heroische Taten bei der Durchsetzung von Recht und Ordnung zum Job gehörten. Dann hatte er schließlich irgendeinem Supercop ganz oben in der Diensthierarchie den entscheidenden wissenschaftlichen Beweis geliefert, der zu ein paar spektakulären Verhaftungen geführt hatte, und er bekam dafür den Posten, den er schon immer haben wollte. Sein Name war Paul Burke und er freute sich von mir zu hören. Hallo Paul, meldete ich mich. Hier spricht Jack Stang aus. Na kommen Sie, Jack. Sie sind immer noch eine Legende hier. Was kann ich für Sie tun? Ich habe was gefunden, was für eine ziemlich gut gearbeitete Haschpfeife aus Elfenbein aussieht. Ein ziemlich ungewöhnliches Stück und irgendwie kommt es mir nicht so vor, als ob jeder x-beliebige Halbstarke so ein Ding mit sich herumträgt. Sind die Schnitzereien sehr fein? Mhm. Können Sie sie mir mit FedEx schicken? Ist quasi schon unterwegs. Sind Sie immer noch am alten Platz? Irgendwo zwischen den Mikroskopen und den Reagenzgläsern. Kein Streifendienst mehr? Ach, das schiebe ich ein, wenn ich Zeit dafür habe. Erst letzte Woche habe ich einen Einbrecher erwischt. Nur ein Schleifschuss, aber er hat sich fast in die Hosen gemacht. Wohin haben Sie gezielt? Genau auf die Stelle, die ich getroffen habe, sagte er. Mann, Sie sind wirklich ein komischer Bulle, wissen Sie das? Na klar weiß ich das. Aber haben Sie schon gehört, dass ich befördert werden soll? Das ist doch großartig. Ich nehme die Beförderung nur an, wenn ich hierbleiben kann. Ich schwieg einen Moment, dann fragte ich, Was machen Sie eigentlich mit Ihrer ganzen Kohle, Paul? Damit schicke ich anständige Kids auf die Uni, die sich sowas nicht leisten könnten. Zwei von Ihnen fangen dieses Jahr auf der Polizeiakademie an. Jetzt lassen Sie auch noch die Personalabteilung schlecht aussehen, Buddy. Schicken Sie mir die Pfeife bald, okay? Mach ich. Bei FedEx muss man nur anrufen und die kümmern sich umgehend um alles. Nicht alle Veränderungen sind nur zum Schlechten. Aber die meisten doch. Es ist schon seltsam, einer blinden Frau beim Zubereiten des Abendessens zuzuschauen. Ich rechnete die ganze Zeit damit, dass Betty ein Teller auf den Boden fiel und zerbrach, oder dass sie etwas in einen Topf streute, das dort nicht hineingehörte. Im Fernsehen liefen die Abendnachrichten, aber meine Aufmerksamkeit richtete sich auf etwas anderes. Betty bewegte sich mit großer Anmut, genauso, wie ich sie mir immer vorgestellt hatte. Jede Bewegung war voller Sinnlichkeit, und sie machte keinen einzigen überflüssigen Handgriff. Ich saß ihr gegenüber am Küchentisch und sie merkte natürlich, dass ich sie eingehend beobachtete, jede ihrer Bewegungen verfolgte und sie mir genau einprägte. Ich musste es ihr nicht sagen, sie wusste es auch so. Als sie dann die Teller abräumte und ein Riesenstück frisch gebackenen Apfelkuchen vor mich hinstellte, fragte sie mich, »Jack, Jack, wie ist das alles passiert?« »Kismet.« »Ach, es war einfach Schicksal?« »Einfach war es nicht.« »Du glaubst aber eigentlich was anderes, stimmt's?« »Hm.« »Und was?« »Ich glaube, dass es passieren musste.« »Warum?« »Kismet«, sagte ich noch mal. Draußen ging die Sonne unter und die Möwen zeichneten sich wie helle Streifen vor dem dunkler werdenden Himmel ab. Betty und ich schaukelten im selben Rhythmus in den großen Stühlen mit den geflochtenen Rückenlehnen und in Gedanken war ich eine Million Kilometer entfernt von der misstönenden Geräuschkulisse, die New York City zum Big Apple machte. Der Spitzname der Stadt klang großartig, bis einem einfiel, dass die Leute gerne in große, saftige Äpfel beißen und wenn so ein Biss zufällig den eigenen Hintern erwischte, dann sollte man sich darüber nicht allzu sehr wundern. Darius Kinders Batman-Gefährt kam um die Ecke gebogen, hielt vor Bettys Haus, dann machte Kinder den Motor aus. Er stieg aus dem Wagen, schaute sich wie beiläufig in der Gegend um und kam hoch auf die Veranda. Ich stand auf und sagte, »Captain, schön Sie zu sehen. Was ist los?« »Ich schaue nur nach, ob unsere neuen Gäste sich auch alle wohlfühlen.« »Können Sie das nicht sehen?« Kinder schaute von mir zu Betty und grinste, »Doch, das sehe ich.« Ich holte einen dritten Stuhl heran und sagte, »Setzen Sie sich doch.« Bisher hat uns noch niemand einen Besuch abgestattet. Er verzog keine Miene, aber ich kannte diesen nichtssagenden Ausdruck zur Genüge. Mit einem Blick ließ ich ihn wissen, dass ich verstand, was er hatte andeuten wollen. »Es ist eine stille Nacht heute,« begann ich. Er nickte. »Nachts ist es bei uns immer ziemlich still,« sagte er. Er schien eine fast unmerkliche Betonung auf das Wort »still« zu legen. Er fuhr fort. »Die Jungs auf der Wache hatten früher am Abend ein Treffen. Sie wollen Sie richtig in Sunset Lodge einführen.« »Ich habe mich schon in den Dienstplan eingetragen, aber das ist keine Einführung.« »Darris, ich finde es großartig hier, aber ich bin niemand, der immer bei allen dabei sein muss. Verstehen Sie, was ich meine?« »Ich schon, aber das müssen Sie Ihren alten Kumpels begreiflich machen, nicht mehr.« »Sagen Sie mal, Sie erinnern sich doch bestimmt an Pudgy Gillespie, oder?« »Vom 32.« »Na klar doch.« Er überlegt, ob er auch hier runterziehen soll. Darris reichte mir einen kleinen Notizzettel. »Hier ist seine Nummer. Rufen Sie ihn doch mal an.« Seine Stimme war freundlich und unverbindlich, doch es schwang ein seltsamer Unterton mit und ich nickte und sagte »Gerne.« »Ich melde mich später bei ihm.« Als er ging, drehte sich Kinder für einen kurzen Moment zu mir um und seine Augen sagten mir etwas, das Betty nicht sehen konnte. Doch Betty war schon sehr lange blind. Sie bekamen Dinge mit, für die andere kein Gespür hatten. Als Kinder wegfuhr, fragte sie sehr leise, »Worum ging's hier eigentlich gerade, Jack?« Ihre Frage war anzuhören, dass sie mehr mitbekommen hatte, als mir lieb war. »Irgendwas braut sich da zusammen,« sagte ich zu ihr. »Was?« fragte sie. »Es ist eine Sache unter Bullen, Sweetie.« »Das verstehe ich nicht.« »Weil du kein Bulle bist.« »Bist du einer?« »Ich war einer.« »Kannst du es mir nicht sagen?« »Können schon.« »Hm?« »Sagst du es mir?« »Da liebst du also dieses Mädchen.« »Vom Alter her ist sie eine erwachsene Frau.« »Aber sie ist erst vor 20 Jahren geboren.« »Und auch wenn sie etwas über 40 ist, bleibt sie doch ein Mädchen, das schlimme Zeiten durchgemacht hat.« »Die schlimmen Zeiten sind noch nicht vorbei.« »Aber allmählich kann sie das Licht am Ende des Tunnels erkennen.« »Du hast sie geküsst.« »Du weißt, wie sie schmeckt.« »Und du bist rettungslos verliebt in sie.« »Und jetzt möchte sie noch mehr mit dir teilen als jemals zuvor.« »Ich sagte, okay.« »Erzähle schon.« »Bei Credentials, wo du angestellt warst, ist etwas vorgefallen. Es ist eine Computerfirma, deshalb muss es etwas mit den Rechnern zu tun haben, an denen du gearbeitet hast. Erinnerst du dich an irgendetwas mit Computern?« »Ray Burnwald war dein Vorgesetzter.« »Der arme Mr. Burnwald. Du hast gesagt, er... Er wäre verletzt worden?« »Ja.« »Er wird wieder gesund werden.« »Mr. Burnwald war sehr nett.« »Erinnerst du dich an deine Arbeit dort?« Es dauerte dreißig lange Sekunden, in denen sie nur ausdruckslos vor sich hin starrte. Dann kniff sie ihre blinden Augen zusammen und blickte in eine sehr weit zurückliegende Vergangenheit. Sie wartete noch eine Weile. Dann sagte sie... »Kernspaltung.« »Was?« »Kernspaltung«, wiederholte sie. »Hat das irgendeine Bedeutung für dich, Jack?« Ich formte eine lange Reihe von tonlosen Worten, die nichts mit dem zu tun hatte, was mir im Kopf herumschwirrte, aber die Sache war mit einem Mal ein bisschen schlüssiger geworden, wenn man sich überlegte, welche Möglichkeiten in diesem einen Wort lagen. »Kernspaltung.« »Eine atomare Katastrophe.« »Und nur ein pensionierter Buller und eine blinde Schönheit, um den Lauf der Dinge aufzuhalten.« Man sollte sich nicht mit einer Gruppe von Profis anlegen. Es waren vielleicht nur schlecht bezahlte Bullen, aber sie waren gut ausgebildet, sie hatten Erfahrung und sie waren durch den Morast und den Schlamm der dunkelsten Ecken unserer Gesellschaft gewartet. Auf sie war geschossen worden und manche hatte die Kugel erwischt und manche hatten es nicht überlebt. Wenn sie etwas zum allgemeinen Wohl der Gesellschaft, die sie geschützt hatten, beitragen wollten, dann tat man verdammt gut daran, ihnen zuzuhören. Pudgie Gillespie, ein frisch pensionierter Sergeant, der zweimal angeschossen worden war, als er einen Banküberfall vereitelte, sagte zu mir, »Jack, ich glaube, ich habe die Informationen, nach denen du suchst.« »Wie kommt das denn?«, sagte ich zu der Stimme aus dem Telefon. »Benny Orbach ist vor vier Monaten aus dem Gefängnis entlassen worden,« erwiderte Pudgie. »Die ganzen Jahre hat er für diesen versuchten Überfall gesessen. Sie wollten einen Armeelaster ausrauben, der radioaktives Material in ein neues Lager bringen sollte. Erinnerst du dich daran?« Beim Wort radioaktiv begann die Haut an meinem Hals zu prickeln. Ich nickte und sagte dann, »Dieser Lkw war ein Ablenkungsmanöver, stimmt's? Der mit der echten Ladung ist durchgekommen.« Verdammt, das war kein Ablenkungsmanöver. Der Transport ist erst aufgeflogen, als der leere Lkw entdeckt wurde. Die Geschichte wurde also vertuscht, sagte ich. Und zwar generalstabsmäßig. Es war unglaublich. Das gesamte Personal, das mit dem Vorfall zu tun hatte, wurde auf weit verstreute Posten irgendwo in der Pampa versetzt. Niemand sollte Kontakt zu ihnen aufnehmen, bis Gras über die Sache gewachsen war oder die Leute gestorben sind. Bis heute machen gewisse Abteilungen in Washington ein solches Geheimnis aus dieser Sache, als ginge es um die Goldvorräte in Fort Knox. Ich schwieg. Als er wieder zu Atem gekommen war, fuhr Pudgy fort. Kaum war er aus dem Gefängnis entlassen, ist Benny Orberg auch sofort abgetaucht. Er war wie vom Erdboden verschluckt. Er hat nicht mal versucht, mit seinem Bewährungshelfer Kontakt aufzunehmen. Aber ein paar von unseren Superspürnasen in Manhattan haben Wind von seinem Aufenthaltsort bekommen und sind der Fährte nachgegangen. Haben Sie Benny gefunden? Nein, ihn nicht, nur das, was von seinem Körper übrig geblieben ist. Jemand hat ihn mächtig durch den Fleischwolf gedreht und am Ende muss er Ihnen verraten haben, was sie von ihm wissen wollten. Kein Mensch kann bei einer solchen Behandlung den Mund halten. Es war fast wie eine Autopsie am lebendigen Leib. Verdammte Scheiße, entfuhr es mir. Aber etwas haben Sie übersehen, sagte Pudgy. Sein Privatversteck haben Sie nicht gefunden. Ich kniff die Augen zusammen und schwieg. Pudgy fuhr fort. Du weißt doch, wo die Knackis das verstecken, was ihnen am wichtigsten ist, ihre Drogen zum Beispiel. Die Durchsuchungen im Knast sind heutzutage äußerst gründlich und ich konnte mir kaum vorstellen, wie ein Knacki überhaupt irgendwas vor den Schließern geheim halten konnte. Pudgy erwartete offenbar eine Antwort auf seine Frage, deshalb sagte ich, Du meinst rektale Container? Genau. Shit, Pudgy, die hätten Sie doch gefunden, bevor er entlassen wurde. Die Inspektionen sind doch, komm schon, Jack, sagte er. Er ist natürlich clean entlassen worden. Den Container hat er erst benutzt, als er schon draußen war. Darauf sind die Kerle, die ihn erledigt haben, nicht gekommen. Meinst du nicht, dass er ihnen das auch gesagt hätte? In ernstem Ton, sagte Pudgy. Einer von unseren Sanitätern hat mir erzählt, dass der Schmerz und die Angst vielleicht sein Erinnerungsvermögen beeinträchtigt haben. Anders ausgedrückt, er war total durch den Wind. Jetzt komm endlich zur Sache, Pudgy. In dem Kondom in seinem Arsch haben wir eine Notiz gefunden. Nur war das Ding undicht. Aber ein Wort konnten wir doch hinziffern. Da stand Credentials. Scheiße. Das trifft's. Und da war noch eine Nummer, Jack. 4428. Pudgy, wie bist denn du draufgekommen, dass ich mich für Credentials interessiere? Ich war vor ein paar Tagen mit Davy Ross Mittagessen und er hat mir von dir erzählt und dabei Credentials erwähnt. Er hat den Namen wohl eher zufällig fallen lassen. Aber du glaubst nicht an solche Zufälle, sagte ich. Du weißt doch, wie wir alten Bullen ticken, Jack. Da umgebe ich dir die Informationen weiter. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen. Große Ereignisse werfen immer ihre Schatten voraus. Auch wenn jemand alles unter den Teppich kehren will. Verstehe. Ich legte auf und startete das Telefon an. Von der Regierung würde ich auf keinen Fall Informationen bekommen, selbst wenn ich wüsste, welches Ressort ich anzapfen sollte. Die fuhren auf ihrem eigenen Dampfer und teilten sich das Steuer mit niemandem. Aber hier war ein Riesending vertuscht worden, das sich jetzt auf einmal nicht mehr geheim halten ließ. Benny Orberg hatte eine Lieferung mit radioaktivem Material gestohlen. Es war entladen worden, bevor der LKW entdeckt worden war. Die Lieferung musste mit einem Spezialfahrzeug abtransportiert worden sein. Und das Material musste an einem sicheren Ort gelagert werden. Ein Ort, von dem keine radioaktive Strahlung nach außen gelangte. Wer war wohl der Endkäufer des Materials? Credentials war kein atomares Zwischenlager. Welche Rolle spielte die Firma? Und was bedeutete 4428? Der gewaltsame Tod von Benny Orberg liest die unterschiedlichsten Schlussfolgerungen zu. Jeder Ermittler würde höchstwahrscheinlich annehmen, dass das Wort Credentials, das auf dem versteckten Zettel in Bennys Rektum gestanden hatte, sich auf Referenzen für einen Drogendeal bezog. Aber jeder Bulle hat auch seine eigene Informationsquelle. Meine war eine Bücherei, in der eine junge Dame mit einer fröhlichen Stimme mit Vergnügen den Fall des entführten Armeelasters und des Atomtransports für mich recherchierte. Sie benötigte nur eine Minute am Computer, dann hatte sie die Informationen gefunden und konnte mir sagen, dass die Lieferung über 500 Millionen Dollar wert war. Das heißt, so viel war sie damals wert gewesen. Der Wert heute in einer Welt, in der Terroristen vom Ölgeld ihrer Förderer finanziert wurden, war unermesslich. Das radioaktive Material war nie gefunden worden. Und die gängige Hypothese war, dass der Raub in Wirklichkeit nie stattgefunden hatte. Eine typische Ausrede der Regierung. Und ich war der Wahrheit nur auf die Spur gekommen, weil meine blinde Betty ein tödliches Wort aus ihrer brüchigen Erinnerung hervorgeholt hatte. Kernspaltung. Betty ließ gerade ihren Hund an einer Eistüte lecken, als ich zu ihr hinüber auf die Veranda ging. Ich fragte, ist das hygienisch, Sweetie? Es wird ihm nicht schaden, da widerte sie und lachte. Ich hörte das Klingeln des Eiswagens, der gerade die Straße hinunter fuhr. Ich dachte, du kannst diese frechen Jungs nicht leiden. Heute war ein neuer Verkäufer da, sagte sie. Tacos hat ihn nicht mal angeknurrt. Kann ich dir was anbieten? Äh, nee, danke, ich wollte dich was fragen. Ja? Als du bei Credentials gearbeitet hast, da... Jack, ich kann mich an diese Dinge nicht erinnern. Manchmal geht mir ein unscharfes Bild im Kopf rum, aber eigentlich kann ich darauf nichts erkennen. Okay, sagen dir die Ziffern 44 28 etwas. Ihre Züge waren ausdruckslos und sie schüttelte den Kopf. Sollten sie das? Ja, ich weiß es nicht. Es gibt keine solche Vorwahl, also ist es wahrscheinlich keine Telefonnummer. Ich dachte kurz darüber nach und fragte sie dann, könnte es eine Aktennummer sein? Es war sinnlos. Sie starrte mich an und schüttelte wieder den Kopf. Herr Masvidi, ich muss was überprüfen. In New York. Ich fange gerade an, mich an dich zu gewöhnen, Jack. Das soll sich auch nicht ändern. Und ich küsste sie. Und sie küsste mich. Ich weiß nicht, ob es sie half, sich zu erinnern, aber bei mir wurden auf jeden Fall noch ganz andere Körperteile als nur meine Erinnerung angeregt. Warum lassen wir Tacos nicht hier unten bei der Eiscreme, sagte sie, und gehen nach oben und helfen meinem Gedächtnis ein bisschen auf die Sprünge. Sweetie, du kennst mich erst seit, seit einer Ewigkeit. Sie nahm mich an der Hand und die Blinde führte den von ihr Geblendeten die Treppe hoch ins Schlafzimmer. Ihre Shorts und das Trägertopf fielen zu Boden und sie kletterte auf das Bett, legte sich auf den Rücken und forderte mich auf, in ihre Arme zu kommen. Ich war mir nicht sicher, ob die Ewigkeit lange genug war für unsere Liebe. Am Abend fuhr ich zum Flughafen und flog nach New York. Es war ein Direktflug und ich kam so früh an, dass ich noch im Krankenhaus vorbeischauen konnte, wo Ray Burnwall behandelt wurde. Ich wies mich gegenüber dem Streifenpolizisten an der Tür aus und er sagte mir, dass Burnwall zwar sprechen konnte, aber noch zu schwach für lange Unterhaltungen war. Als ich eintrat, hörte Ray, wie die Tür ins Schloss fiel und öffnete die Augen. Für einen Moment sah ich Angst darin, dann erkannte mich der Mann in dem Krankenhausbett. Jemand wollte mich erschießen, flüsterte er. Ich nickte. Ich weiß. Ich hab den Schützen nicht gesehen, fuhr er fort. Und ich hab auch keine Ahnung, warum jemand sowas tun sollte. Die Akten, die durchsucht wurden, fragte ich. Hat irgendwas gefehlt? Die Akten sind über 20 Jahre alt, Captain Stang. Wir wissen nicht hundertprozentig, ob einzelne Seiten fehlen. Um was für Akten handelt es sich denn? Er schüttelte den Kopf. Offensichtlich konnte er sich immer noch keinen Reim auf den Überfall machen. Nur um Schriftverkehr zwischen unseren Kunden. Waren die Nachrichten immer unverschlüsselt abgefasst? Manchmal wurde ein Code verwendet, aber das hing von den Geschäftspraktiken der einzelnen Firmen ab. Wir hatten keinen Einblick in diese Schreiben. Ein schwaches Lächeln blitzte in seinem Gesicht auf. Wir sind im Grunde nur ein Vermittlungsbüro. Ich verstehe. Hat sie vielleicht einmal jemand um Kopien dieser Unterlagen gebeten? Die sind über 20 Jahre alt, sagte er nochmal. Können Sie sich vielleicht trotzdem erinnern, wer verantwortlich für diese Akten war oder zumindest wer Zugang zu ihnen hatte? Betty. Betty war die Einzige, die das hätte wissen können. Aber sie ist tot. Ich ließ diese Bemerkung unwidersprochen und falls mein Schweigen seltsam wirkte, fiel es Burnwall nicht auf. Dann hob er plötzlich die Hand und sagte, Moment. Es gab einen Kunden, der für unsere Dienste im Voraus bezahlte. Er wollte eine Vertragslaufzeit über 25 Jahre. Das ist ziemlich lange. Deshalb hat die Sache auch einen solchen Eindruck hinterlassen, dass ich mich jetzt noch daran erinnere. Hat er mit einem Scheck bezahlt? Burnwall schüttelte den Kopf. Nein, er zahlte bar. Ich hatte das Geld in einen Umschlag gesteckt und Betty ist gleich zur Bank, um es einzuzahlen. Das war eine beträchtliche Summe. Und sie stellten ihm eine Quittung aus? Nein, er wollte keine. Ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass er das von der Steuer absetzen kann, aber er wollte es einfach nicht. Ich wollte ihm keine Quittung aufdrängen. Der Kunde hat immer recht, wissen Sie. Hat Betty ihn gesehen? Burnwall dachte einen Moment nach, dann nickte er. Sein Blick war klar, als ob er alles genau vor sich sähe. Ja. Ich hatte sie in mein Büro gerufen, um ihr den Umschlag mit dem Geld zu geben. Er biss sich auf die Unterlippe und seine Augen wurden feucht. Sie war so ein nettes Mädchen. Was ihr passiert ist, ist... Furchtbar. Ich hatte ihm zu viele Fragen gestellt. Er wurde müde und zweimal zuckte er vor Schmerzen zusammen. Deshalb verabschiedete ich mich und schüttelte ihm vorsichtig die Hand und verließ das Krankenzimmer. Auf dem Rückflug dachte ich über die einzige interessante Information nach, die ich aus Burnwall herausgeholt hatte. Er konnte sich nicht mehr an den Namen des Kunden erinnern. Aber eine Vertragsdauer von 25 Jahren für die Art von Dienstleistung, die Credentials anbot und dann auch im Voraus bezahlt, das war zumindest ein verdammt ungewöhnliches Geschäftsgebaren. Was für Geschäfte sollten während dieser ganzen Zeit getätigt werden? An wen gingen die weitergereichten Informationen? Und worum ging's bei diesen Informationen? Es gab noch einen zweiten Faktor, der genau dazu passte. Eine Lieferung von regierungseigenem radioaktiven Material im Wert von 500 Millionen Dollar, die verschwunden waren. Und ein blindes Mädchen, dessen Gedächtnis sich wie ein Puzzle mit tausend Teilen nach und nach, Teilchen um Teilchen wieder zusammensetzte, konnte der Schlüssel zu diesem Geheimnis sein. Sie hatten schon mal versucht, sie zu töten. Aber der erste Versuch war fehlgeschlagen. 20 Jahre waren vergangen. Stand sie immer noch auf dieser Todesliste? Irgendwann sagte ich zu mir zum Teufel mit den Details. Fang bei der Entführung an. Warum war Betty damals gekidnappt worden? Hatte sie womöglich gemerkt, dass der Kunde nicht der war, als der er sich ausgab? Als wir zusammen wohnten, war sie eine passionierte Zeitungsleserin gewesen und hatte zwei überregionale Nachrichtenmagazine abonniert, die zu uns nach Hause geliefert wurden. Sie liebte es, sich bei Prozessen in den Zuschauerraum zu setzen, wenn berüchtigte Kriminelle vor Gericht standen. Zweimal hatte ich sie dabei begleitet. Aber solche Verhandlungen waren verdammt langweilig, wenn man sich bei der Festnahme dieser Arschlöcher selbst die Finger schmutzig gemacht hatte. Ich steuerte den Wagen aus dem Flughafenparkplatz und fuhr direkt nach Hause. Die Lichter in Bettys Haus brannten, deshalb stellte ich den Wagen in meiner Auffahrt ab und ging sofort die Treppe hoch zu ihrer Veranda. Ich hörte Tacos freudiges Jaulen und als Betty die Tür öffnete, nahm sie mich in die Arme und drückte sich eng an mich. Und all die Jahre, in denen ich sie nicht gehabt hatte, waren mit allem mal wie weggeblasen. Sie war charmanter und schöner als je zuvor, auch immer noch ein wenig nach dieser kleinen Mädchenfrische und sie war überhaupt nicht erstaunt, als ich sie sanft auf den Mund küsste. Aber sie wollte nicht sanft geküsst werden, sie war voller Energie, bebte förmlich am ganzen Körper und in ihren blinden Augen stand fast so etwas wie ein Leuchten. Ich hab mich an dich erinnert, Tac, sagte sie. Es war, als wäre ich nach einem wunderschönen Traum aufgewacht, an den ich mich aber nur für einen Moment erinnern konnte. Ich schwieg und sie fuhr fort. Es war sehr lange her, wir waren jung. Ich war nie jung, Betty. Aber das warst du, nicht? Willst du denn, dass ich es war? Oh ja, flüsterte sie sehr leise. Taco klopfte mit dem Schwanz auf den Boden. Und wenn ich ein Hund wäre, dann hätte ich jetzt auch so gewedelt. Als ich ihrer Aufregung etwas gelegt hatte, setzte ich mich neben sie auf die Couch und erzählte ihr von meinem Besuch bei ihrem früheren Vorgesetzten. Sie wollte alles über seinen Gesundheitszustand wissen und danach war es einfacher, ihr von dem Kunden zu erzählen, der einen Vertrag über 25 Jahre abgeschlossen hatte. Die Geschichte rief endlich eine Reaktion bei ihr hervor. Ihre Schultern zuckten plötzlich und ihr Körper wurde steif. Dann sagte sie mit kaum hörbarer Stimme, er hat bar bezahlt. Ich sagte kein Wort, sondern wartete, bis sie weitersprach. Er, ich hatte ihn schon früher mal gesehen. Ihre Augen waren starr auf etwas auf der anderen Seite des Zimmers gerichtet. Er war falsch. Was meinst du mit falsch, Betty? Er war kriminell. Bist du dir sicher? Sie hatten ihn nicht verurteilt. Sie kniff die Augen zusammen, Falten erschien auf ihrer Stirn. Ich wusste, was ihr durch den Kopf ging. Sie hatte den Kerl bei einem dieser Gerichtsprozesse gesehen, die sie sich immer so gerne anschaute. Er war angeklagt worden, aber für eine Verurteilung hatte es offenbar nicht gereicht. Doch der Staatsanwalt musste ziemlich überzeugende Beweise gegen ihn vorgelegt haben, sonst hätte sich bei Betty nicht dieser starke Eindruck festgesetzt, dass der Mann falsch war. Ohne ein Foto des Angeklagten war es fast unmöglich, der Sache auf die Spur zu kommen. Aber immerhin kamen wir weiter. Ich fragte sie, kannst du dich denn daran erinnern, dass du bei Credentials gearbeitet hast? Zögernd erwiderte sie, ich glaube schon. Wie war es dort? Sie presste die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf. Es kommt mir vor wie ein Traum. Ich wagte einen wilden Schuss auf ein kaum zu erkennendes Ziel. Ich fragte leise, erinnerst du dich daran, dass du dir die Akten des Kunden angeschaut hast? Als Antwort nickte sie seltsam ruckartig. Da waren komische Symbole und Zahlen, seitenweise. Dann wandte sie den Kopf und starrte mich wieder mit diesen blinden Augen an. Sie sagte, wo ist Oak Ridge? Ich holte Tiefluft. Oak Ridge war vor langer Zeit der Standort eines atomaren Entwicklungszentrums gewesen. Sie bemerkte meine Reaktion nicht und fuhr fort. Da war noch etwas. Was? Die mir schon bekannte Ausdruckslosigkeit legte sich wieder über ihr Gesicht. Ich weiß es nicht, sagte sie. Der Moment war vorbei, aber er hatte länger angehalten als die Male zuvor, als sie sich kurz erinnert hatte. Wenn ich es richtig anstellte, dann blitzten in ihrem verschütteten Gedächtnis vielleicht weitere Lichtemomente auf. Wenn. Vielleicht. Nebelhafte Worte, auf die man sich nicht verlassen konnte. Die Frage kam mir einfach so in den Sinn, aber ich stellte sie trotzdem. Wo sind die Akten jetzt, Betty? Mit einem zaghaften Lächeln und einem sehr ernsten Ton sagte sie, ich habe sie an mich genommen. Warum? Dieser Mann war kriminell. Und? Ich wollte sie ermutigen, weiterzureden. Ich habe einen verschlossenen Umschlag geöffnet, ich sah die Worte und sie hielt inne, runzelte angestrengt die Stirn. Dann sagte sie ruhig, zur erwartende Größenordnung, der Massenvernichtung, dann eine sehr hohe Zahl und sie brach ab, sagte kein Wort mehr, starrte nur auf die andere Seite des Raums und sah nichts. Dann wandte sie sich wieder zu mir und ihr schönes Gesicht war angespannt vor Angst und Sorge. Jack, sagte sie, was ist gerade mit mir passiert? Deine Erinnerung ist zurückgekommen, verdammt, fast hättest du es geschafft. Mein Gedächtnis, dir ist ein kleiner Teil der Vergangenheit wieder eingefallen. Glaubst du, dass... Wir wollen nichts überstürzen, unterbrach ich sie. Was habe ich gesagt? Plötzlich zeigte sich Neugier in ihrem Gesicht. Es war ein Risiko, aber ich sagte es ihr trotzdem. Du hast die Worte zur erwartende Größenordnung der Massenvernichtung erwähnt. Das habe ich gesagt? Ja, das hast du gesagt, wiederholte ich. Massenvernichtung, sagte sie. Das höre ich sonst nur in den Nachrichten. Ich beobachtete sie sehr genau. Die Erinnerungen versuchten, die Barriere zu durchbrechen und ihr etwas mitzuteilen. Was noch? fragte sie mich. Du hast einen Umschlag geöffnet und darin waren Dokumente, auf denen du diese Worte gelesen hast. Sie runzelte wieder die Stirn und nickte. Wo ist der Umschlag, Betty? Sie antwortete nicht sofort. Sie erinnerte mich an einen Computer, dessen elektronisches Gehirn Tausende von Verbindungen in der Sekunde herstellte, um eine Antwort auf die Frage zu finden, die ihm gestellt worden war. Eine Minute verging. Dann noch eine. Wir kamen sie wie Stunden vor. Dann schüttelte sie einfach den Kopf und starrte mich mit ihren blinden Augen an. Ich weiß es nicht. Du hast ihn versteckt, sagte ich direkt. Sie antwortete mit einem leisen Ja. Gut. Aber ich weiß nicht wo. Beim Verhör eines Verdächtigen stellt man selten alle Fragen auf einmal. Angst und erschwerende Umstände können das Gedächtnis blockieren. Deshalb gibt man dem Verdächtigen die Chance, sich an die Informationen zu erinnern, die man von ihm haben möchte. Vielleicht versucht er, Informationen bewusst zurückzuhalten. Aber Verhörspezialisten sind Profis und sie erkennen sofort, wenn sich eine Lücke öffnet. Und dann sind sie am Drücker. Und wenn das richtige Ziel erscheint, dann treffen sie auch ins Schwarze. Betty war keine Verdächtige, aber die Situation war praktisch dieselbe. Ohne jede Vorankündigung sagte sie Jack, erzähl mir von uns. Uns? Was war, bevor du hierhergezogen bist? Das ist nicht einfach nur so passiert, oder? Ich verneinte und sie bemerkte sofort, wie Verhalten meine Stimme klang. Sie sagte kein Wort, sondern wartete still darauf, dass ich ihr einen anderen Teil ihres Lebens erklärte, der ihr genommen worden war. Sie war vernünftig. Sie konnte selbstständig denken, sie war einsichtig. Aber würde sie diese Einzelheiten aus ihrer Vergangenheit begreifen können, ohne dass sie etwas von dem wieder verlor, was sie gerade unter solchen Mühen wiederentdeckt hatte? Jetzt war ich an der Reihe. Ich sagte, vor 20 Jahren waren du und ich ein Liebespaar. Wir wollten heiraten. Sie lächelte. Ich war ganz schön nervös. Sie wartete, also redete ich weiter. Bei deiner Arbeit hast du etwas in den Akten entdeckt. Es war so wichtig für die Öffentlichkeit, dass du die Unterlagen mit nach Hause genommen hast. Du wolltest sie mir zeigen, weil ich bei der Polizei war. Ich denke, der Kerl, der die Informationen bei Credentials hinterlassen hatte, der muss wohl zurückgekommen sein und entdeckt haben, was passiert war. Alle Spuren deuteten auf dich. Er heuerte ein paar Killer an, um dich zu erledigen. Doch zuerst wollte er die Unterlagen wiederhaben. Es musste alles sehr schnell gehen. Sie wollten dich so lange foltern, bis du ihnen das Versteck verraten hättest. Dann wollten sie deine Leiche verschwinden lassen. In Bettys Gesicht waren keinerlei Anzeichen zu sehen, dass die Geschichte sie beunruhigte. Sie nahm alle Einzelheiten auf und verarbeitete sie. Dann fragte sie mich, Was ist dann passiert? Wir hatten gute Nachbarn. Sie ahnten das, was nicht mit rechten Dingen zuging. Jemand rief die Bullen und es wurde sofort eine Streife vorbeigeschickt. Es kam zu einer Verfolgungsjagd, die damit endete, dass der Transporter die Kontrolle verlor und von der Brücke in den Fluss stürzte. Du hast überlebt, weil du dich an einem aufgeblasenen Reifenschlauch aus dem Transporter festgehalten hast. Und? Den Rest der Geschichte kennst du. Der gute Tierarzt aus Staten Island hat dich gerettet. Er hat für deine Zukunft gesorgt. Sein Sohn, dein Adoptivbruder, führt die Wünsche des Docs bis zum heutigen Tag aus. Und deshalb bist du hier. Deshalb sind wir hier, flüsterte sie. Tacos Schwanz klopfte wieder auf den Boden. Und mit einer Stimme, die kaum lauter war als bei ihren letzten Worten, fragte sie mich, Jack, liebst du mich? Von ganzem Herzen, sagte ich. Darf ich dich jetzt was fragen? Doch ich brauchte ihre Frage nicht zu wiederholen. Sie sagte einfach, von ganzem Herzen. Wir hatten beide die Augen geschlossen, als ich sie küsste. Wir waren blind, aber sahen alles und die Welt stand uns weit offen. Zumindest diesen einen Moment lang. Es war, als ob die ungeheure Druckwelle einer Atombombe über uns hinwegfegte. Und dieser Gedanke brachte mich wieder in die rauhe Wirklichkeit zurück. Irgendwo gut versteckt lag ein Haufen radioaktiven Materials, mit dem man eine Großstadt in die Luft sprengen konnte. Es war an der Zeit, einige Gefallen einzufordern. Als ich wieder in meinem Haus war, rief ich als erstes den Polizeitechniker des NYPD Paul Burke an. Er erklärte mir, dass angereichertes Uran von der Größe eines Fußballs genügte, um alles Leben in einem riesigen Gebiet zu vernichten. Wenn entsprechende weitere Zündvorrichtungen in die Hauptbombe integriert waren, dann folgte auf die Atomsprengung ein massiver radioaktiver Niederschlag, der ein ganzes Land zerstören konnte. Andere wissenschaftliche Hypothesen hielten es sogar für möglich, dass durch eine solche Bombe alles Leben auf dem Planeten ausgelöscht wurde. Bis auf eine kleine Gruppe, die sich dann um die Wiederbevölkerung der Erde kümmert, sagte ich. Naja, so stellt man sich das wohl in der Theorie vor. Ist es möglich, fragte ich. Wenn man sich auf Spekulationen einlassen will, sagte er, aber es tauchen immer irgendwelche Klugscheiße auf, Bullen zum Beispiel, die diese schönen Pläne zunichte machen. Verbreiten Sie nur weiter so verdammt gute Laune, Paul. Na klar doch, sagte er. Also was wollen Sie wirklich wissen? Das radioaktive Material war wahrscheinlich angereichertes Uran. Das muss ja irgendwo gelagert werden. Davor muss es sicher transportiert werden, ohne dass es ein Strahlungsleck gibt. Dazu braucht man einen mobilen Container, der in den LKW eingebaut ist. Doch als er gefunden wurde, war der LKW leer. Die mobile Ladung wurde in ein anderes Fahrzeug geladen und an einen sicheren Ort verfrachtet. Wie würde so ein Ort aussehen? Interessante Frage, sagte Paul. Das Uran selbst nimmt nicht viel Platz ein, aber der Container, in dem es steckt, der müsste eine beträchtliche Größe haben. Wie verhindert werden konnte, dass es trotz des Unfalls kein Strahlungsleck gab, das ist wahrscheinlich ein wissenschaftliches Geheimnis. Aber da der Container ja nirgends wieder auftauchte, ist er wahrscheinlich noch sicher. Wo er sich befindet, das ist die entscheidende Frage. Eine gewerbliche Lagerung ist ausgeschlossen. Zu viele Inspektionen. Und was folgt daraus, unterbrach ich ihn? Daraus folgt, dass das Uran wahrscheinlich auf einem Privatgrundstück gelagert wird, irgendwo, wo langfristig keine Bebauung geplant ist und eine Brandgefahr ausgeschlossen werden kann. Dadurch verringert sich das Risiko der bösen Jungs ziemlich, dass das Uran entdeckt wird, stimmt's? Genauso wollen die bösen Jungs das haben. Und deshalb stehen sie ja auch auf der Seite der Bösen. Was sollen wir dann gegen sie unternehmen, Paul? Verdammt nochmal, Buddy, die Antwort auf die Frage wissen sie doch am besten selber. Wer schießen sie? Na klasse, sagte ich noch. Dann leg dich auf. Wir mögen uns ja im Informationszeitalter befinden, aber leicht ist es nicht, wirklich die Informationen zu finden, die man braucht. Man muss bereit sein, einen Preis dafür zu entrichten. Ich ruhte mich in meinem großen Sessel aus, holte meine zwei 45er heraus, den Combat Commander und den M1911, reinigte und ölte sie, überprüfte bei beiden die Funktionsfähigkeit und schob in jeder ein volles Magazin. Obwohl ich die Stadt nicht besonders mochte, war ich im Herzen New Yorker. Und das ruhige Leben auf Floridas Spielplätzen gab meinem Verstand einfach nicht genügend Anregung. Ich fragte mich, wie zum Teufel die anderen Jungs das aushielten. Vielleicht war ich ja einfach nur zu bissig für den Scheißruhestand. Es fiel mir nicht leicht, Betty zu sagen, dass ich schon wieder zurück nach New York musste, aber sie lächelte, als hätte sie damit gerechnet und versuchte erst gar nicht, mich umzustimmen. Sie drückte meine Hand, um mir zu sagen, dass sie wusste, dass es sein musste und dass ich auf mich warten würde, bis ich mit einem Fallgelöst-Lächeln auf den Lippen zu ihr zurückkehrte. Am nächsten Morgen küsste ich sie sehr lange und mir ging dabei unablässig der Gedanke im Kopf herum, was für eine tolle Frau sie für einen Bullen wäre, sogar für einen pensionierten Bullen. Und vielleicht wären wir ja die ersten Pensionäre in Sunset Lodge, die sich überlegten, eine Familie zu gründen. Davy Ross holte mich mit einem Zivilfahrzeug am Flughafen ab. Ich ließ mich in die Polster fallen und legte den Sicherheitsgurt an. Es war ein Gefühl wie in den guten alten Zeiten. Davy sagte, »Ich weiß, du hast keine Waffe dabei, deshalb habe ich dir eine Glock besorgt. Heutzutage gehören die fast zur Standardausrüstung. Ich öffnete das Handschuhfach und nahm die Pistole heraus. Ich machte den Gürtel ein Loch weiter und steckte mir die Waffe vorne in den Hosenbund. Ich kam mir vor, als würde ich wieder Streife fahren. Nachdem ich mich bedankt hatte, fragte er, wohin ich wollte. Sehr überrascht schien er nicht zu sein, als ich ihn bat, bei unserer alten Straße vorbeizufahren. Das meiste ist schon abgerissen, Alter. Dann schaue ich mir eben noch den Rest an. Gab es schon Vorfälle von Vandalismus? Kids haben ein paar Fenster eingeworfen, aber die werden eher alle rausgebrochen. Ein paar Obdachlose haben sich in einem Gebäude niedergelassen. Ungefähr zwei Wochen können sie dort bleiben. Dann kommen die Abbruch-Trupps auch zu dem Haus. Und warum dauert das so lange? Politik, Jack. Die Bauunternehmer haben sich mit der Stadt angelegt und einige frühere Bewohner errichten immer wieder Straßensperren, weil sie mehr Abfindungsgeld vom Bauamt wollen. Und glaubst du, die werden Erfolg haben? Versuchen sollten sie es auf alle Fälle, sagte er. Erinnerst du dich an das Haus, in dem Bucky Mola gewohnt hat? Na ja, klar. Weißt du, wer es gebaut hat? David liebte alberne kleine Überraschungen. Na sag schon, brummte ich. Er drehte mir den Kopf zu. Big Zappo Padrone. Das war jetzt wirklich graue Vorzeit. Der Schnapskönig von Manhattan? Genau der. Hat ein Dutzend Puffs und 23 Kneipen betrieben, in denen illegal Alkohol ausgeschenkt wurde. Und sogar noch bevor die großen Verbrecherfamilien gegründet wurden, war er die Bank für die Ganoven. Für die richtig großen Ganoven, sollte ich sagen. Die frühe Mafia. Woher weißt denn du das alles, Partner? Ich lese viel. Ah, gibt's Bullen, die lesen? Na ja klar, wenn sie nicht gerade die bösen Jungs abknallen. Wir bogen am nicht gesperrten Ende in die alte Straße ein. Die Wache war abgerissen, es stand nur noch das alte Ziegelfundament. Der Anblick der Straße hinunter zum anderen Ende ähnelte dem Mund eines alten Kämpfers, dem fast alle Zähne ausgeschlagen worden waren, mit einigen wenigen, die noch standen. Charlie Wongs Haus war verschwunden, aber dass der alten Bessie O'Brien stand noch und das Miets Haus ein Stück weiter in dem Bucky Mola gewohnt hatte, war auch noch intakt. Wer kümmert sich darum, Davy? Eins von diesen alten städtischen Gesetzen. Das Gebäude wurde einer großen Wohltätigkeitsorganisation gestiftet. Patrona hat gerne was für die Benachteiligten der Gesellschaft getan. Wohnt da noch jemand? Ach was, nicht mal die Penner wagen sich in die Nähe des Hauses. Das ist ja toll, sagte ich. Ich hab gehört, hier sollen schicke neue Eigentumswohnungen entstehen. Aha, und rate mal, wer dahinter steckt. Wieder eine von seinen albernen kleinen Überraschungen. Wer denn? Eine saudische Investorengruppe. Na, ist doch eine ausgleichende Gerechtigkeit. Wie das denn? Sie haben zwei Gebäude in der Stadt zusammenkrachen lassen, da ist es doch nur gerecht, wenn Sie wieder ein paar aufbauen. Davy warf mir einen Blick zu und rollte mit den Augen. Direkt hinter uns hielt ein New Yorker Yellowcap vor dem Haus der alten Bessie O'Brien und eine Frau in den Vierzigern stieg zusammen mit Bessie aus. Davy und ich begrüßten sie mit großem Hallo und Bessie winkte vergnügt zurück. Sie brüllte herüber, verdammt, wenn das nicht der alte Shooter ist. Was machen Sie noch hier, Captain Jack? Ich verabschiede mich von der freundlichen alten Straße Bessie. Ich ging hinüber, begrüßte die Tochter aus Elizabeth und fragte Bessie, wie es ihr in New Jersey auf dem Land gefiel. Land? kreischte sie auf. Dort ist es so schlimm wie in der Bronze. Total überfüllt, kein bisschen anders als hier in der Stadt. Aber wie gefällt es ihnen denn, fragte ich noch mal. Sie warf ihrer Tochter einen verstohlenen Blick zu und flüsterte, Ich zahle keine Miete und mein Mädchen ist eine gute Kassin. Ich schaute an dem alten Gebäude hoch, in dem sie seit Ewigkeiten gewohnt hatte. Warum kommen Sie denn noch mal zurück, Bessie? Sie runzelte die Stirn und tippte sich mit ihrem faltigen Zeigefinger an die Lippen. Ich habe meine verdammte untere Gebisshälfte in einer Wand hinterm Bett vergessen. Ich kann ja nicht essen ohne. Und ich lasse keinen Zahnarzt mehr in meinem Mund Umfroh wirken. Verdammte Zähne! Na komm schon, Bessie, Sie sehen großartig aus. Lügen Sie mir nicht ins Gesicht, Kleiner. Ich bin eine hässliche alte Hexe. Weißt du, ich habe sogar noch Big Zappo Patrone gekannt. Haben Sie das gewusst? Nee, erwiderte ich. Das Haus da drüben gehört ihm. Ich war damals noch ein kleines Mädchen. Ich nickte. Ich habe diesen kleinen Mistkerl gesehen. Wie hieß er noch mal? Bucky Mola. Er ist vor kurzem da drüben. Er ist nicht reingegangen. Er hat sich nur umgeschaut. Dann ist er verschwunden. Bessie sagte ich zu ihr. Bucky Mola lebt schon lange nicht mehr. Er ist vor Jahren in der Bronx umgelegt worden. Von wegen umgelegt, sagte die alte Frau mit Nachdruck. Ich habe zwar keine Zähne mehr, aber meine Augen sind noch gut. Und dort drüben hat Bucky Mola gestanden. Er war älter, aber er ist rumstolziert wie früher. Erinnern Sie sich noch, dass er immer rumgelaufen ist wie so ein aufgeblasener Wicht? Na klar, erinnere ich mich. War ein mieser kleiner Angeber. Als ich ihn verhaftet hatte, war es damit vorbei. Na dann verhaften Sie ihn eben nochmal. Er treibt sich hier irgendwo rum. Was von ihm übrig geblieben ist, Bessie, liegt auf dem armen Friedhof, erklärte ich ihr. Blödsinn, sagte sie. Na gut, was hat er gewollt dort drüben? Sie hob beide Schultern, zuckte mit den Achseln. Keine Ahnung, hat schon immer gerne rumgeschnüffelt. Bessie, Bucky Mola ist tot und begraben. Er hat was vor, sagte sie, als ob sie mich nicht gehört hätte. Schauen Sie sich da mal um, vielleicht kriegen Sie raus, was er wollte. Wenn ich die alte Dame wieder loswerden wollte, blieb mir nichts anderes übrig, als er winkte ich ihr zu, ging die Straße hinunter und überquerte sie auf der Höhe von Bucky Molas früherem Haus. Ich blickte zurück und Bessie schaute mir nicht mal nach. Unter dem Eingangsdach war ein Schild für den Abbruchtrupp angebracht. Das Grundstück sollte bis auf Weiteres nicht betreten werden. Die Warnung war deutlich. Die Bauarbeiter hatten sich daran gehalten. Aber jemand hatte sich umgeschaut. Und dann hat sie sich umgeklemmt. T甩. Oder in den Abbruch, Untertitelung des ZDF, 2020